Heute seht ihr die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht diese coolen Videos verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's! Yo, was geht ab, Kaspar? Bist du auch so dick? Wo bist du? Ja, ich hab ein bisschen zu viel Stegas gegessen. Hier bist du, da bist du. Ach, da bist du. Alter, oh Gott, es geht nicht gleich los, ne? Denk dran, du musst klicken, wir haben vergessen zu klicken. Ey, wo muss ich denn? Oh mein Gott, ich wusste es nicht. Klick so viel, es geht. Loll, ach so. Wir müssen heute bei mir an die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Was hast du jetzt gerade für den Speed? Äh, das ist 40. 40, 40. Okay, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Sehr gut. Jetzt hab ich 50. Wir müssen hier so schnell es geht werden. Und, bist du bereit? Ich bin bereit. Zwei. Oh mein Gott, lauf! Alter, wie schnell sind die, Bro? Du bist ja voll langsam und voll dick. Wie schnell sind die? Ich hab 46, was hast du? 53. Aber die anderen waren grad echt mega, mega schnell, ne? Alter, die sind so abgehauen vor uns. Guck mal, der eine da unten, du siehst ja unten auch die Anzeige, wie schnell du bist, ne? Also wie viel Geschwindigkeit. Also ich bin jetzt gerade 53 steht da an mir. Ja, ich bin 46, ne? Alter, wie schnell ist der denn? Hä, der hat das, glaub ich, grad schon so übersprungen oder so, ne? Ich guck mal ganz kurz im Shop, ob wir uns schon irgendwas cooles kaufen könnten. Also wir können uns auf jeden Fall, das weiß ich, wir können so wie mal so Boosts holen. Ja, Boosts ist auf jeden Fall auch nicht schlecht gleich, ne? Das brauchen wir nicht, aber ich würd sagen, wir können uns nämlich so Pets holen und die Pets, die Pets werden wir dann schneller. Genau, und wir können auch anderes Essen und uns ausrüsten. Das ist das, das Essen sind die Pets. Ah, okay, sehr gut. Guck mal, jetzt haben wir gleich das erste Lämmel hier geschafft. Immerhin. Ey, wir sind einfach, guck mal, ich verstehe bei dir hier oben, bei mir steht Schnecke. Was steht bei dir? Äh, bei mir steht auch lahme Schnecke. Lahme Schnecke sogar? Nein, nein, auch eine Schnecke, aber ich bin der lahme Schnecke. Du bist ja wieder ein bisschen schwer als ich. Ey, aber man muss auch dazu sagen, wir haben auch viel zu spät geklickt, ne? Du hast mir jetzt ja irgendwie erst, das konnte man 30 Sekunden klingen oder so. Ja, wir haben echt ein bisschen zu spät geklickt, aber gut, dass du das auch gesagt hast. Aber guck mal, ich glaube, ich kaufe jetzt schon mal 1.000, ich komme jetzt 1.000 Wins. Ja, okay, ich hole mir direkt mal 3 Wins, 3 hole ich mir hier, 5.000. Jetzt hast du hier 5.000 geholt. Naja, ich hole mir 1.000, glaube ich, ich hole mir 1.000. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, okay, mal gucken. So, 30 Sekunden ist auf jeden Fall dann hier schon die Runde vorbei. Ich gucke mal ganz kurz, was wir jetzt am besten gleich kaufen können. Ah, wobei ich es aber günstiger 5.000 zu holen. Ich hole lieber mal 5.000. Dann kaufe ich lieber mal 5.000. Ich hole lieber mal 5.000. Stimmt, ist viel, das war ja voll dumm, dass ich 1.000 gekauft habe. Warum günstiger ist 25.000 zu kaufen? Ja, stimmt, oder? Okay, jetzt haben wir es fast geschafft, wir sind fast drüben, alles cool. Und ich glaube, dann erreicht uns... Digga, wir sind gerade mal Stufe, ich bin nicht mal Stufe 2. Ich sehe uns auch gerade, also wirklich... Das schaffen wir nicht mal. Meine Gott, da... Wir sind ja übelst langsam. Ja, wir müssen ja schneller werden, okay? Pass auf, jetzt haben wir Zeit. Wir werden noch richtig schnell. Jetzt haben wir Zeit, Kasper. So, Starter 1. Wie viel kosten hier? 5, 25, 200, 1000. Hier, ich nehme für 5.000. Ich kaufe das für 1.000 hier. 1.000 direkt? Der Donut. Oh Gott. Und ich habe gewöhnlich. Bitte was krasses. Ey, was? Gewöhnlich. Gewöhnlich, nein. Warte, öffne nochmal, ich mache mal hier einen zweiten. Komm schon, und... So, machen wir auch nochmal den hier. Gewöhnlich, ey, das kann doch nicht sein. Hä? Habe ich ausgerüstet? Auch gewöhnlich. Ich habe beide ausgerüstet gerade. Klick jetzt, was du das Zeug hältst. Oh mein Gott, ich bin direkt schon... Geht schon los? Was? Alter, wie schnell? 3.000, du und du? Hä, warum bin ich jetzt direkt bei 8.000? Was? Wie sagst du so nochmal mehr als ich? Hä? Ich habe zwei Haustiere. Hast du auch zwei Haustiere? Ja, ja, aber ich bin jetzt gerade mal bei 5.000. Ich bin jetzt gerade bei 9.000. Keine Ahnung warum. Junge, wie schnell sind wir? Ja, okay. Go! Bist du bereit? Und bam! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie schnell sind wir direkt? Oder? Nee, ich bin der Erste. Wie schnell sind wir direkt? Alter, wir sind direkt bei Orange. Wie das aussieht. Ich bin schon Stufe... Wie bist du schon? Ich bin... Na, Stufe 4. Hä? Stufe 4 schon. Ja, ja. Guck mal, ich bin jetzt gerade schon Stufe 5.000 jetzt gerade schon. Mal 10. Nee, 10 bin ich jetzt glaube ich durch. 5. Alter, das ist ja mal... Wir sind ja mal mega schnell. Also du bist noch ein bisschen schneller als ich. Echt mega, mega schnell, ne? Aber trotzdem mega schnell. Obwohl wir so dick sind, weil die ganzen Donuts mir die Energie geben. Ich sehe auch gerade... Warte mal, das glaube ich jetzt nicht, oder? Warum? Was denn? Ey, kann man nur einen ausrüsten, ja, ne? Nein, man kann mehrere ausrüsten. 3 Stück oder so. Ja, klar. Oh mein Gott, ich hatte den gar nicht ausgerüstet. Oh nein. Ja, man kann mehrere ausrüsten. Hast du dich ausrüstet? Ich hatte den leider nicht ausgerüstet. Ey, man kann doch immer 3 auswählen. Ach, verdammt ey. Egal, für die nächste Runde werde ich dich abziehen. Dann bin ich schneller als du. Du sagst, du wirst mich die nächste Runde abziehen? Nein. Ich sagst 50 Euro, dass ich die nächste Runde schneller bin als du. 50 Euro sagst du. 50 Euro. Ja, dann habe ich ja... Alter, ich bin jetzt... Es ist voll breit jetzt hier gerade, wo ich bin, ne? Ey, ich bin so schnell und so fett. Ich bin gerade mal bei 500 gleich. Ja, du gerade erst mal. Ich bin jetzt schon bei, äh... Gleich bei 1.000 oder so. Jetzt habe ich genau... Ey, jetzt bin ich jetzt bei 100? Hä, was soll das denn? Aber man kriegt nur 11 Wins, das ist ja voll wenig. Ich würde gerne mal auf 100.000 kommen. Ich würde... Ich frage mich halt, genau, was passiert, wenn wir halt am Ende so bei 100.000 landen? Ich frage mich auch, wie soll man das schaffen? Weil, guck mal, du bist auch... Du bist schon ziemlich schnell. Ja. Du bist jetzt gerade mal bei 5.000, ne? Ja, aber wir haben uns ja gerade auch erst mal nur so... Ich habe ja gerade zwei Haustiere nur gekauft. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Und das waren ja nicht mal rare Sachen. Aber was sind die Melonen, die man hier kaufen kann? Ich kann mir jetzt hier... Ich kann meinen neuen Charakter kaufen. Ah, lol. Was? Ach, was? Ich werde jetzt einfach zu... Zu einer Melone. Genau, ich kaufe jetzt einen Skin. Zu einer Melone, alter. Ich bin jetzt ein Melonen-Skin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sehr gut. Ich bin jetzt gleich auch bei... Das schaffe ich nicht mehr. 5.000. Kann ich den Ausrüstung auch noch hier? Okay, jetzt werden wir kaufen, jetzt werden wir kaufen. Guck, ich bin Melone jetzt. Okay, was kaufen wir uns jetzt hier? Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich hole mir jetzt für 1.000, habe ich mir geholt. Ich kaufe mir... Warte mal. Nein, nochmal einen Gelee-Donut. Hast du willkommen? Guck mal, ich öffne jetzt hier einen krassen... Komm schon. Was kriege ich? 15 Sekunden noch, 15 Sekunden noch. Selten. Nein, was? Sehr gut. Hey, unfair. Ausrüsten. Alter, ich habe jetzt gerade 22.000... Selten Schokodonut. Süßigkeiten, laden das mal 2. Wir können sogar Pro-Eggs, ne? 70.000. Pro-Eye. Bist du ready? Wir hätten schon klicken sollen. Klicken! Oh mein Gott, ich kriege wie ein Melone, mit zwei Fingern. Hey, ich kriege nur plus 10. Ich kriege plus 30. Hä, warum kriege ich nur plus 10? Ich glaube, es gibt welche, die geben dir so einen Boost grundsätzlich. Und es gibt welche, die geben dir multiplierbar... Aber eben habe ich plus 50 bekommen. Egal, ich bin trotzdem schnell. Bam! Es geht los! Wow! Oh mein Gott! Wie schnell bist du? Wie schnell bist du? Ich bin 22.000 gest... Ich bin Erster! Was? Ich bin 12.000! Du bist ja übelst schnell! Ich bin extrem schnell! Du bist ja übelst schnell, Alter! Wie schnell bist du? Ich mache ja unendlich viele Siege jetzt dran, ne? Was kann man sich noch kaufen im Shop? Ich sehe, man kann hier so Fast Open machen. Oder auch drei auf einmal. Aha! Ich glaube, Autoklicken kann auch natürlich interessant sein. Aber es kommt mir doch alles noch nicht. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier vorne hinlaufen, weil vielleicht erreiche ich gleich schon 100.000er Level, ne? Boah, das wäre krass. Also ich würde mich freuen, wenn ich schon mal so 25.000 placken würde. Oh mein Gott, ich bin jetzt in so einer neuen Dimension. Bin ich denn jetzt hier gerade, bitteschön? Ey, wir sind schon so schnell, ne? Das ist ja so krass. Ja, ja, ich meine, guck mal, wo ich jetzt gerade bin. Ey, wenn ich jetzt 100.000 schaffe, das wäre zu krass. Das wäre zu krass. Wenn du das jetzt schon direkt schaffst, das wäre zu krass. 1,6 Zeit, das wäre echt interessant. Könntest du, das könntest du packen, glaube ich, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Doch, könnte eigentlich, kommt drauf an, wie schnell ich diesen Move mache bei 100.000. Oh Gott, jetzt habe ich hier direkt wieder 45 Siege bekommen auf einmal. Alter, 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 ich sage dir, das steigt und steigt hier. Mit Geschwindigkeit hier und ganz viel Power. Wow, oh mein Höf, wo bin ich jetzt? Leute, bin ich wieder woanders? Ja, was ist denn, man ist quasi so eine neue Ebene oder so? Ah, in einer neuen Welt oder so. Oh mein Gott, ich glaube, ich könnte es schaffen. Ich glaube, ich könnte es schaffen oder so. Guck mal, wie du mich noch überholst hier. Ja, ich überhole dich sogar. Alter, ich könnte es echt schaffen. Also, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, komm schon, sprintet durch. Du dicke Melone. Als wenn du es direkt schaffst. Du dicke Melone. Ey, aber ich würde sagen, lass uns doch versuchen, noch schneller zu fahren. Ja, normal, ich will auf jeden Fall noch richtig krasse Tiere holen. Ich kaufe jetzt auch ganz kurz mal für 1.300 Robux. Was? Kaufe ich jetzt mal so 50.000 Wins. Du hast die da wohl nicht mehr alle, oder was? Ja, ich bin... Komm schon, wenigstens 25.000, 25.000. Du schaffst es nicht. Wie, ich schaff's nicht. Oder schaffst du es? Du schaffst es gerade so. Gerade so. Nee, oder? Ich hab's doch nicht geschafft. Ich hab's doch nicht geschafft. Ich war irgendwo an, dass es gerade noch. Ah, okay. Okay, warte. Ich hab's ja 50.000 Wins. Ja, ja, ja. Oh, öffnen, öffnen, öffnen und... Gönn was krasses. Gewöhnlich. Oh nein. Komm schon, gönn, 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 gönn. Selten. Und... Sehr gut. BAM. Auch wieder gewöhnlich. Das kann nicht sein, Alter. Immer wieder hier ausrüsten. Aber ich kann jetzt hier richtig ausrüsten, glaube ich, ne? Das heißt, die ausrüsten... Okay, ich bin bereit zu klicken. Ich bin bereit zu klicken. Es geht los, es geht los. Und ausrüsten. Jetzt krieg ich nur plus 12. Was soll das denn? Warte, was? Oh Gott. Warte, ich muss hier... Verdammt. Ich muss die anderen ganz was ablegen. Ausrüsten und ausrüsten. Du musst klicken. Ja, ich klicke doch jetzt schon. Ich krieg plus 77. Wow. Quasi, ich krieg nur plus 12? Was soll das denn? Ich hätte gerade mehr klicken sollen. Ich bin jetzt gerade bei 33.000 Geschwindigkeit jetzt gerade. Ey, ich bin genauso schnell wie eben. Die Runde davor noch langsamer sogar. Bam. Oh mein Gott. Alter, wie schnell bist du? Ich bin die schnellste Belohnung auf der ganzen Welt. Jürgen, du bist ja richtig schnell. Alter, das ist richtig crazy, ne? Komm schon mit ganz viel Geschwindigkeit, die Superbelohnung. Ich überhole hier sogar noch einen. Ich überhole es echt noch einen? Ja, safe. Hier ist ich überholt den nächsten. Das wäre mega, mega cool. Nächsten überholt. Ich bin jetzt gerade mitten in der Mitte. Komm, den nächsten kriege ich auch noch. Oh Gott. Alter, du bist so schnell. Du schaffst es ja easy. Ich bin jetzt schon bei 10.000. Guck dir, wie schnell du durchrennst da. Ich renne durch bis zum Gehtnichtmehr jetzt hier gerade. Alter, Alter. Du überholst mich ja noch mal. Aber das Ding ist, wie man da so eine krasser Süßigkeitenwelt. Da haben wir alles mal zwei. Und dadurch. Was? Dann müssen wir halt auch weiterkommen. Das ist ja gerade ja nur der Anfang jetzt hier. Das ist gerade voll boring. Ja, safe, safe. Ich bin gespannt, was am Ende der 100.000 sein wird. Ich bin auch jetzt gerade gespannt. Also eben war ich ja gerade. Ich hatte nicht genug Zeit, um hinzugucken. Und jetzt bin ich schon auf der 100.000er-Ziellinie. Alter, guck mal, wie du das überholst. Alter, du bist so schnell unterwegs. Ich bin hier mit ganz, ganz viel Geschwindigkeit gerade dabei. Alter, ich bin gerade so schnell. Alter, ich würde mir gerne noch irgendeinen Boost holen oder so. Gibt es da nicht so was? Boost? Ja, also man kann sich doch, kann man sich schon holen. Man kann im Shop. Doppelte Geschwindigkeit. Doppeltes Glück. Oder doppelt Glück, genau. Komm schon jetzt hier. Und 100.000. Neue Ebene. Wo bin ich? Ich bin mitten im Nirgendwo. Wie bist du? Wo bist du? Wieder von vorne. Hä? Oh mein Gott, als wenn du mich nochmal überholst. Stell das mal vor. Ey, wenn ich jetzt nochmal überhole. Alter, das wäre krank. Ich war ganz kurz mitten im Nirgendwo, einfach mitten in der Luft. Alter, okay. Also fängst du mir von vorne an. Ich überhole dich jetzt noch. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Doch, pass auf. Sieh genau hin. Das schaffst du nicht. Oh mein Gott, das könntest du echt schaffen. Das wird knapp. Das könnte jetzt echt lustig werden. Aber nee, das werde ich nicht schaffen. Ne, das schaffst du nicht. Das schaffe ich nicht. Oder? 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 Oh. Oh. Aber den anderen noch. Der andere noch. Oh mein Gott, nein. Oh. Und überholt noch. Oh nee, ganz knapp. Ey, guck mal, lass mal hier in die Süßigkeiten. Okay, okay, wo ist die hier? Süßigkeiten. Aber man braucht zwei Rebirths. Nein. Man muss sich Rebirthen. Das wusste ich gar nicht. Ey, hier ist ein Pro-Ex. Für 70.000 Rinders. Pro-Ex? Alter, man kann sich auch im Hot-Tock-Kaufen. Was glaubst du, was da drin ist? Ich kaufe mir jetzt hier ganz kurz das Dingens. So einen Hamburger kaufe ich jetzt hier. Das kriege ich selten. Sehr gut. Nicht schlecht. Ich kaufe mir hier für 200 Euro. Also jetzt kann ich den ganz kurz den kleinen abrüsten. Und jetzt klick. Gewöhnlich. Klick in deinem Leben. Ey, ich kriege plus eins jetzt. Was ist denn das? Es wird immer weniger jede Runde. Plus eins? Hä, Bro, ich habe alles aktiviert. Wieso kriege ich nur plus eins? Was? Das kann ja gar nicht sein. Nein, ich werde hier veräppelt oder so. Plus eins ist ja viel zu wenig. Aber manchmal kriege ich die ganze plus 63. Und... Babababam! Ich habe 36.000 Geschwindigkeit, ne? Ey, ich brauche mehr Pads. Ich will mehr Pads haben. Bam! Ich habe gerade mal 10.000, immer weniger. Aber wie kann man... Oh mein Gott, man kann sich bei 50.000 Wins reberfen, ne? Man braucht doch ewig, bis man die bekommt. Wie soll man die denn sonst bekommen? Wie oft sollst du das bitte laufen, damit du mal 50.000 Wins bekommst? Ja, ja, das dauert ja Ewigkeiten. Das dauert ja übelst. Also, ich bin hier auf jeden Fall jetzt noch langsamer... Ich bin jetzt jede Runde langsamer geworden. Von 12.000 auf 11.000. Von 11.000 auf... Du hast ja doch merkt... Auf einmal, ich kriege... Ja, ich habe mehr gekauft. Auf einmal kriege ich statt 21 Boost nur noch einen Boost. Was soll denn das denn, dachte ich mir? Aber guck mal, pass auf. Ich werde jetzt nämlich überrunden, Kaspar. Und wenn du es geschafft hast, hast du einfach komplett verloren, ne? Das könntest du schaffen, das könntest du schaffen. Hey, ohne Spaß, das könnte jetzt so cool werden. Ich bin jetzt hier gerade... Oh mein Gott. Lauf! Oh mein Gott, ich bin die dickste Melone. Die dickste Melone der ganzen Roblox. Bitte, ich will das jetzt schaffen. Das schaffst du niemals. Nicht mit mir, Kollege. Ich weiß, dass ich... Aber immer hast du es geschafft, dann konntest du mir wenigstens sagen, was da ist. Ja, okay, hast du schon recht. Aber go, echt geht's hier. Aber du wirst es auf gar keinen Fall schaffen, mich zu überrunden. Niemals im Leben. Niemals im Leben wirst du nicht schaffen. Okay, du sagst niemals im Leben. Ja, ich werde jetzt nämlich überrunden. Easy peasy. Also wirklich, das ist ja so eine Lüge, wenn du das wirklich glaubst. Ja. Bro, das schaffst du niemals. Ja, guck mal unten. Oh nein. Nee. Oh nein. Lauf. Lauf lieber schneller, wenn ich du wäre. Oh Gott. Ich komm, wir sind nämlich gerade... Ich hab schon den Pepsi-Typen jetzt hier überholt. Zack. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. 20 Sekunden, das könnte ich schaffen. Das könnte ich schaffen. Oh Kasper. Das wird auf jeden Fall nichts. Oh mein Gott, nein. Du wirst jetzt das andere überrundet. Oh mein Gott, das krasse ist halt, wenn ich dich überrundet und dein Spiel deinstalliert, Kasper. Nein. Oh je. Oh je. Wow. Ich hab dich gesehen. Ich hab so eine richtig krasse Medaille jetzt gerade bekommen, Alter. Verdammt ey. Und der Timer hier läuft ab und du musst jetzt einfach dein Spiel deinstallieren. Ja. Mann ey. Ey, was bist du denn für ein Spargeltatan? Ich bin ein bisschen dünn geworden übernacht. Ich hab auch übel Hunger. Du siehst selber so. Alter, so fühle ich mich, wenn ich abends nichts gegessen hab. Oh, und ich im Morgen aufwache. Ich hab mich auch völlig leer gesaugt. Alter, aber guck mal, ob wir hier alles essen können. Ich weiß. Wir können hier einfach extrem viel essen. Was ist denn das hier alles? Oh nein. Weißt du, was passiert, wenn man so viel... Wenn man nur Milchshakes isst und Pommes isst und Burger... Was denn? ...dann wird man fett. Ich merk das schon gerade. Ich werd grad ein bisschen dicker irgendwie. Mein Gesicht wird fülliger. Ich bin voll die Kugel schon. Wieso bist du schon voll die... Nein, der neben mir ist schon voll die Kugel. Ja, okay, stimmt. Der ist erst in der Roblox-Kugel. Weißt du, das Ding ist, wenn wir jetzt... Wir müssen noch ein bisschen essen und dann können wir uns einfach hier runterrollen. Und umso weiter wir rollen, umso mehr Coins bekommen wir auch. Alter, das heißt, je dicker wir sind, desto besser eigentlich. Also genau das Gegenteil als im Echt, okay. Und ich muss sagen, das passt mir auch ganz gut. Ich hab sowieso über den Hunger, weißt du. Auf Milchshakes, Pommes, eh lecker. Okay, wollen wir uns schon mal runterrollen lassen? Mal gucken, wie man kommt. Ja, ja, komm, 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 komm. Wettrennen wir weiterkommen. Okay, let's go, Kaspar, let's go. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, wie ich hier am runterrollen bin. Alter, ich werd dünner irgendwie. Ich verliere. Ich auch, oben, oben. Du wirst... Es wird echt weniger. Ich werd langsamer. Oh, was? Wieso bist du schon bald kommen? Ich bin bis 3000... Ich bin schon bei 3500, wo bist du? Was? Ich bin grad mal bis 3000 gekommen. Boah, ich roll immer noch. Ich bin jetzt 3750 gleich. Alter, was, was einfach blickhalts ich. Und ich kann einfach spinnen. Hä? Oh, okay. Oh, okay, okay. Das ist doch nicht schlecht hier. Was hast du bekommen? Ich hab, glaub ich, was Gutes bekommen. Boah, ich hab auch was Krasses bekommen, glaub ich. Okay. Was hast du bekommen? Zehn Minuten doppeltes Essen. Ich auch. Okay, 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 okay. Warte mal, was haben wir hier? Gift ready? Oh mein Gott, 250 Essen. Und 50 Siege. Einfach so. Einfach so. Kannst du da rein sagen. Alter, ich seh grad, ich hab 3000 Siege. Oh, ich auch. Lass mal was holen, lass mal was holen. Hier so ein Ei. Können wir uns dadurch hier Eier kaufen. Genau, für 500 oder sogar 3000. Nee, 5000. Oh mein Gott, Epic. Was krieg ich? Alter, ich hab das zweitselnste bekommen. Normal. Hab ich auch normal bekommen. Nochmal. Ich mach dreimal. Was? Was? Wieder normal bekommen. Ey, ich hab zweimal normal, einmal Epic, Alter. Und der Epic bringt das Ding. Ey, ich hab dreimal normal bekommen, Alter. Was soll denn das? So, ich bin gespannt, wie schnell ich jetzt hier dick werde mit den Tieren noch aktiviert. Komm, ich hol mir noch ein paar mehr. Die Essen fülle ich mit. Alter. Alter, eine Hyäne. Boah, was? Hyäne ist schlecht. Komm schon. Alter, ich esse jetzt todesschnell schon. Guck mal, wie ich schon aussehe. Was? Bist du schon richtig dick geworden jetzt, oder was? Boah, ich bin jetzt schon bei 7000. Ich krieg irgendwie 300 pro Essen Ding, Alter. 300 Prozent. Alter, du klaust mir das ganze Essen, du Fettsack. Ich hab Hunger. Geht bloß. Alter, ich hab auch ein Geschenk jetzt hier grad bekommen, ne? Ich sammle alles vor dir ein. 50 essen. Oh mein Gott, okay. Alter, wie fett wir werden. Alter, ich bin schon bei 17.000. Wie seh ich aus? Was, Alter? Ich bin schon eine richtig fette Kugel. Bist du echt richtig dick. Oh, wir können sogar an den nächsten... Ah, ne, 100.000 Siege brauchst du für den nächsten Bereich. Komm, ich würd sagen, wollen wir mal runter... Für den nächsten Bereich brauchen wir noch 100.000 Siege. Boah, was? Ja, okay, dann lass runterrollen. Let's go. Und los geht's. Und, Alter, ich komm. Kleine extra Runde. Hallo, ich... Hallo. Let's go. Wow. Alter, Mann. Oh mein Gott. Äh, ich bin ein bisschen schnell. Ich kann gar nicht sehen, wie weit ich jetzt bin. So schnell bin ich schon. Ehrlich? Ah, doch jetzt. Ich hab in die falsche Richtung geguckt. Oh mein Gott, Alter. Du bist vor mir, glaub ich, oder so, ne? Ich bin jetzt bei 30.000 gleich. Und du? Was? Ich bin bei 26.000. Und... Ja, ich auch. Ich werde schon... Aber jetzt 28.000. Langsamer. Oh Gott. Ich bin völlig... Schaff ich 29.000? Boah, das wird knapp. Das schaff ich nicht. Und ich komme bis ungefähr hierhin. So 27.000 irgendwas. Mal gucken, wie viele Siege wir bekommen. Wir haben jetzt gerade 150.000. 29.000 noch. Ja, Mann, Alter. Oh mein Gott. Ich hab 27.000 Siege da gerade durchbekommen. Ja, Mann, ich auch. 30.000. Okay, okay. Das ist sehr, sehr... Warte mal. Ich könnte... Oh, ich könnte die... Was machst du da? Ich crafte jetzt ein goldenes. Bitte Glück. Ich auch. Ich auch. Ja, ich hab ein goldenes bekommen. Ich hab ein goldenes bekommen. Ich hab mein Salon. Oh, nicht dein Ernst. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... 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 ... die Teilen leicht freischalten. Ja. Okay. Du sagst, da gibt es noch ein bisschen mehr essen. Ja, ja. Dann gibt es auf jeden Fall viel mehr essen. Ich gehe jetzt mit dem Elefanten rein hier... ... und würde ihn auch zu Gold machen. Zack, komm schon. Alter, du bist doch verrückt. Bitte, der ist krass gewesen. Du bist doch crazy. Nein, so knapp davor. Ist weg. Oh mein Gott. Ich... Oh, guck mal. Alter, wie du aussiehst. Ich bin schon richtig fett geworden jetzt in der Zeit, wo du da... Alter, wie viel bekommst du denn jetzt gerade schon? Ich krieg auf jeden Fall sehr, sehr viel. Die kleinen Tiere auch aussehen hinter dir. Alter, wie viel krieg ich jetzt hier gerade? Und ich hab auch einfach gerade mal zwei Wins. Hab ich auch gerade bekommen. Hä, wo hast du das denn her? Mal zwei Wins? Tja, hier ist eine kleine Kiste in der Ecke, die du nicht gesehen hast. Das ist die Daily Chest. No, du sagst nicht. Stimmt. Ja, den hab ich ja gerade erst eingesammelt, ne? Ja, okay, okay. So, und ich glaube, ich hab jetzt gleich... Also, entweder sammle ich jetzt hier richtig viel ein, oder ich roll jetzt schon runter. In der Hoffnung, dass ich genug habe. 100.000? Oh mein Gott. Okay, ich roll jetzt. Ich roll jetzt. Let's go. Oh mein Gott, du bist so schnell weggewinst gerade. Okay, ich krieg gerade richtig viel Geschwindigkeit. Was? Ich bin jetzt hier gerade schon bei... Ah, 40.000 schon fast. Alter, jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt... Oh mein Gott. Man kann sogar rebirfen. Echt jetzt? Krass. Man kann rebirfen. Richtig heftig sogar. Für 2.500 wins schon. Oh Gott, okay. Das sollten wir eigentlich nicht machen. Nur so wenig. Das wirst du ja auf jeden Fall machen. Aber erst mal... Ich hoffe jetzt, dass ich Italien frei hab und dann rebirfe ich. Oh ja, ich roll auch gerade runter. Alter, ich bin so fast schnell, ne? Oh Gott. Komm schon. Fast 50.000. Fast 50.000. Was? Jetzt ist 50.000? Hä? Ich bin jetzt bei 80.000. Hab ich dich überholt, oder was? Was? Wie geht das denn? Bro, ich bin viel, viel später gestartet, als du. Ich bin jetzt gerade bei 82.000. Äh? Was? Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt bei Italien. Aber wie kann es sein, dass du mehr bekommst? Alter, ich muss jetzt so... Ich kriege jetzt so viele Wins, Bro. Ach, hier. Okay. 83.000. Ich habe jetzt gerade... Alter, ich muss jetzt kurz mit ein paar neue Haustiere kaufen, Leute. Ähm. Alter, das Billigste kostet einfach 70.000. Oh Gott, hier sind... Okay. 70.000. Ich bin echt gespannt, wie viele Wins ich jetzt hier bekommen werde. Komm. Bitte. Ich brauche ein gutes Ei jetzt hier. Komm schon. 167.000 Wins. Alter, Junge. Einfach nur bekommen. Okay. Und hier auch normal. Hast du dich schon gereburst? Wollen wir rebursten? Ja, komm. Wir reburfen. Sack. Oh mein Gott. Okay, ich habe gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Aber ich bin zurück im Italien-Bereich. Hier ist auch ein richtig dicker neben mir gerade, ne? Ja. Aber warum bist du denn gerade viel schneller gerollt als ich? Was soll denn das? Weiß ich auch nicht, ey. Ich muss hier mal ganz kurz meine Frösche einsetzen. So, die kriegen... Geben mir schon mal sechs Boosts. Okay. Nächster Rebirth kostet 5.000. Alter. Das ist natürlich stabil. Du musst mal sagen, wie viel Essen hast du jetzt oben schon gegessen? Was hast du da für die Kalorien? 90.000. 90.000, Alter. Dann müsstest du doch auch mindestens 180.000 Wins kriegen, wenn du jetzt runterrollst. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin gespannt. Einmal 19.000. So, ich sag mir, dass ich noch richtig... Alter. Ich war gerade voll gegessen oder so. Ich kann gerade nichts mehr essen. Komm schon. Jetzt hier... Alter, ich werde manchmal kleiner und größer. Ich weiß. Ich auch. Das ist, wenn du zu lange nicht stehen bleibst, glaube ich. Dann will der... Dann nimmt er ganz schnell ab, oder was? Man Stoffwechsel. Ja, ja, ja. Ja. Oh Gott. Okay, Japan ist als nächstes. Ist mir nicht mal nicht mein Essen weg, ey. So, ich roll jetzt runter hier aus dem Weg. Du bist doch direkt schon so fett wie ich. Wie fährst du? Ich bin auch bei 110.000 schon wieder. Alter, okay. Jetzt rolle ich gerade. Wie konntest du eben soweit rollen? Weiß ich auch nicht. Es ist vielleicht der Boost von diesen Tieren, die ich habe. Das könnte das natürlich sein. Okay, ich bin jetzt hier gerade bei 100. Ey, das ist ein bisschen aus wie du hier oben. Ein, da mit so Spider-Man-Skin. 172, 174. 174. 174.000 bist du schon? Ja. Lama, Alter. Und Rebirth bringt auf jeden Fall richtig viel oder so, ne? Okay, glaubst du, ich hole dich ein? Oh mein Gott, ich hole dich ein. Ah, nein. Ich hole dich ein. Geht gar nicht. Mit wie viel hast du gestartet? Mit wie viel hast du gestartet? 167.000 Essen. Ja, ich habe mit 190.000 Essen gestartet. Ja, okay. Ich bin bei 180.000 bin ich jetzt gerade. Alter, 180.000 einfach. Krass. Wow, und jetzt, guck mal. Zack, Alter. 300.000 würden wir uns gerade bekommen. Ich hummer. Und ich hummer jetzt hier das Farm-Egg. In der Hoffnung, dass ich ein gutes Ei bekomme, bitte. Nochmal. Ey, das hat so viel gekostet. Ja, besser ist auch, Alter, mit dem Schrott da. Ey, wie unkorrekt. Okay, komm, jetzt hier schnell nochmal rollen. Ich hole mir das auf jeden Fall auch mal. Ich kann mal schauen, was man da jetzt rauskriegt. Und können wir rebursen? Jetzt kriege ich auch doppelt Wins oder so. Rebirth, rebirth. Du musst rebirsen. Nein. Natürlich, wir können wieder rebirsen. Ich will jetzt sogar noch meinen Win bekommen, hoffentlich. Ich habe ein Geschenk. Oh Gott, das war gar nicht geil. Okay, warte mal. Was gibt es hier noch? Das hier. Nein, jetzt kriege ich nicht mal das Doppelste, glaube ich. Ach, verdammt. Okay, dann. Rebirth ich mal. Zack. Und dann musst du direkt wieder runterrollen, dass du direkt wieder rebirthst. Alter, wann kriegt der so viel gerade? Ja, stimmt. Ich kriege hier wieder ein Geschenk. 250. Alter, ich kann noch voll viel holen hier. 250 Wins. Kann man auch so machen, dass das Renn nicht so lange dauert? Das dauert echt lange, ne? Du meinst so Fast-Fasting, ne? Ja, das dauert viel zu lang, das Rennen. Oh Gott, warte mal. Oh Gott. Oh, man ist dadurch schneller. Wie? Was kaufst du da? Was willst du dir holen? Es gibt so Trails, die man sich holen kann. Ah. Dadurch ist man einfach schneller, ne? Oh mein Gott, wieso sehen wir das jetzt erst? Digga, ich hätte so krasse Dinge ausprobieren können. Und ich kann jetzt wieder rebirthen. Ui, das nächste kostet 50.000, Alter. 50.000 Wins. Was kostet der dritte Rebirth? 10.000? 10.000, glaube ich. Ja, das ist schon. Okay, jetzt hier kurz alles essen, Leute. So, und wieder runterrollen. Hey. Komm, wir trainen. Ja? Ich gebe dir den und meine seltene Katze. Und von mir aus den Pinguinen. Dann gebe ich dir meinen goldenen Cheetah. Der ist schlechter als meiner. Hallo, versuch mal nicht über den Tisch zu ziehen. Nein, der ist richtig gut. Das ist richtig gut. Gib mal was krasses. Du kriegst meine Babyhyäne. Digga, der ist auch viel schlechter, wenn er alle 3,9 und so. Alter, da drückt er ready. Nein, auf keinen Fall. No deal, Alter. Die waren richtig gut, alle. Abzocker, Digga. Abzocker. Die waren alle richtig gut. Ich weiß. Ich wollte dir voll die krassen Sachen geben hier. Okay, egal. Ich rolle jetzt hier wieder runter hier. Alles gut. Was holst du dir, ha? Ach, gar nichts. Ich gucke hier gerade nur ein bisschen rum. So, ich rolle auch wieder runter. Ja, ja, du hast dir doch hier was krasses gerade gekauft. Nein, 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 nein. Ich rolle runter. Ich rolle runter. Hast du dir den Spin gekauft? Nee, aber ich überlege mir einen Spin zu holen. Ich habe mir jetzt gerade einen gekauft. Oh mein Gott. Ey, ich stelle dir vor, du kriegst das mit 0,01 Prozent, dieses Monster da. Alter, das wäre krass. Okay, mal gucken. Mit ein bisschen Glück, Leute, kriege ich den Spin. Doppeltes Essen. Doppeltes Essen habe ich bekommen. Auf Ansage. Aber egal, das ist gar nicht mal so schlecht. Doppeltes Essen ist eigentlich voll gut. Man ist halt doppelt so schnell groß. Oh, jetzt habe ich hier 100.000 Wins. Und kann ich mir was kaufen? Ich kaufe mir noch hier das Ei. Oh mein Gott. Sag, bitte. Oh mein Gott. Hast du es bekommen? Ach, gar nichts. Alles gut. Du hast was nicht gesehen. Aber ich gucke hier gerade. Ich muss erst mal abchecken, ob das auch alles so ist. Was habe ich nicht gesehen? Ja, du kannst rechts nämlich. Nein, ich sage es dir nicht. Ich sage es. Was kann ich rechts? Nee, gar nichts. Alles gut. Du kannst gar nichts machen. Du kannst gar nichts machen. Er sagt auch. Freespin. So, erst mal drehen hier. Doppelt Glück. Er wohnt dann rechts Freespin. Ja, du kannst rechts auf Season drücken. Und dann hast du da so einen Battle Pass bei Rewards. Oh mein Gott. Was? Man kann voll viel claimen. Komm, du musst dir noch alles wohlkonsten, Alter. Voll die krassen Sache. Alter, was kann ich mir alles claimen, Leute? Alter, ich kann mir extrem viel claimen. Komm hier, bitte. Was? Eine Krabbe. Alter, was habe ich jetzt geklappt gerade? Immer noch was, oder was? Ich konnte nur drei Sachen holen. Jetzt übertreibt man nicht. Alter, ich konnte gerade extrem viel claimen. Ähm. Ich glaube, ich habe auch irgendein... Oh mein Gott. Legendary Haustier. Danke fürs Sagen. Ey, was? Hast du bekommen, oder was? Guck mal, Alter. Ich habe zwei Stunden lang Glück und so habe ich jetzt alles bekommen. Was? Wie sagst du... Alter, wie du aussiehst. Alter. Ich weiß. Du bist der richtige Quadratkopf, ey. Ich habe alles durchbekommen in Season 1. Alter, was? Hä? Alter, das ist richtig krass, Alter. Wie kann man denn zur Seite gehen da? Ich habe neun Spins. Was? Wie kann man denn zur Seite gehen bei dem? Kannst du mir das mal sagen? Einfach scrollen. Oh mein Gott, mit Mausrat. Ich habe auch noch so viel. Alter, das ist ja richtig viel, was man hat. Oh Gott, jetzt. Jetzt kriege ich, glaube ich, richtig. Okay, ich spinne mal. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Ich kriege dann irgendwie so ein krasses Monster. Oh, mal zwei Glück. Aber was bringt das Glück? Oh mein Gott, die eine Trophy ist mal 100 alles. Alter, ich habe gerade 500.000 bekommen. Was? Okay, ich mache kurz so, dass ich... Oder rebirth ich direkt. Ich glaube, es ist am schlauesten, wenn ich eigentlich kurz... Sag, ich spinne auch mal. ...mache ich einmal kurz alles hier aufwärts. Wir gehen direkt nach Japan. Rebirfen brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben so viele kratzende Sachen jetzt. Oh, ich spinne hier mal, während ich runterrolle. Auf ein Spannchen. Das brauchen wir nicht mehr rebirfen. Oh, ich habe 7500 Wins bekommen. Toll. Was gehe ich hier noch raus? Und spinnen. Komm schon. Bisschen mehr Glück jetzt hier. Komm schon, bitte. Weint zwei Wins. Bitte, bitte, bitte. Ich will unbedingt dieses krasses, seltene Tier haben da, ne? Alter, ich bin jetzt... Hä? Ich mache jetzt richtig schnell das Rollen, ne? Echt jetzt? Ja. Ja, ich nicht. Wieso machst du das so schnell? Wie geht das? Keine Ahnung, Alter. Jetzt bitte einfach vorspulen oder so. Hä? Ich kriege so kratze Sachen. Okay, warte mal, warte mal. Oh mein Gott, war das knapp. Fast dieses Tier bekommen, Alter. Das seltene aus dem Glücksrad. Okay, ich habe jetzt fast Japan frei. Noch einmal muss ich runterrollen. Ey, ich meine das so langsam gerade schon wieder. Ey, was soll denn das? So, und ich rolle wieder... Alter, ich sage dir, meine Rolle richtig schnell runter. Ich weiß nicht, was es ist. Hä? Was ist denn so ein Glück gehabt da auf einmal, sag mal? Ich hätte mal lieber nichts gesagt. Ich glaube, weil mein Trophy... Alter, ich habe so eine krasse Trophy, das mal 100, ne? Ja, habe ich auch. Okay. Das kriegt ja jeder. Ich habe Japan frei. Ach, man, jetzt schon frei. Ab geht's da, Japan. Ab geht's da, Japan. Alter. Zehn Minuten Lucky Boost. Okay, dann hole ich mal mein Glück. Ich hole mal das magische Ei. Oh. Oh, das war, glaube ich, krass das Lap-Pick. Nein, das ist nicht so krass. Alter, ich habe das für 4% bekommen. Legendary Boost. Was bringt das? Das ist krass. Einzelnen, wichtig. Ja, Mann. Okay, jetzt Unikörner war auf jeden Fall nicht mehr so krass jetzt hier. Alter, warum bin ich jetzt so fett schon? Richtig krass gerade. Okay, komm. Spin. Alter, ich habe gleich eine Million Essen, ne? Alter, ich habe 1,7 Millionen gerade. Was? Und ich rolle gerade runter. Der hat mit richtig viel Geschwindigkeit. Das dauert... Alter, der überspringt das aber richtig schnell jetzt. Das ist voll krass. Warum auch immer. Aber ich rolle jetzt einfach richtig langsam jetzt da runter. Das ist richtig heftig. Und nochmal spinnen. Alter, ich spinne. Komm schon. Alter, oh mein Gott. Alter. Hä? Wieso? Kommst du da runter oder was? Wie langsam geht denn das runter mit diesen 1,3 Millionen? Das geht ja übelst langsam runter. Ich weiß, und dann spule das einfach vor, weißt du? Hä? Lol, stimmt. Als wäre ich einmal bis zum Ende gekommen schon. Ich habe gar nichts verloren. Ich habe gerade mal eine Million verloren. Ich weiß, ich weiß. Und man hat auch Quests und so. Dadurch kriege ich so XP. Sehe ich gerade. Toll, toll, okay. Oh, man kann sich auch Premium mal holen. Alter, ich kriege ja richtig viel Geld. Ich habe immer noch Spins, Alter. Es sind so viele Spins, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Immer noch Spins. Ich habe die direkt hintereinander weggegeben. Ich habe einfach drei Stunden lang Lack. Ja, ich auch. Drei Stunden, 36 Minuten doppelt Essen und 96 Minuten doppelte Wins. Ich weiß, es ist richtig klar. Okay, jetzt habe ich keine Spins mehr. Aber ich glaube, ich kann mir jetzt hier ein neues... Hier sieht es bei dir aus mit dem Fortschritt. Ja, ich gehe jetzt gerade mal bei Japan rein, ne? Letztendlich mal nach Hause. Jetzt erst? Ja, ich habe halt ein bisschen gebraucht. Alter, ich habe schon die Nase voll von Sushi. So viel habe ich hier gegessen. Okay, warte mal. Ich würde sagen, lass noch einmal kurz mal ein Battle machen, okay? Wer noch breiter wird. Ja, okay. Du wirst keine Chance haben. Guck mal, wie ich schon aussehe. Alter, okay, dann lass beide Rebirth'n einfach. Einmal jeder beide Rebirth'n. Einmal Rebirth'n. Rebirth'n. Okay, bist du ready? Nein, jetzt war gerade das Ding weg. Waren jetzt so Wins hin da weg. Okay, warte. Dann ist doch egal. Wir waren jetzt zweimal ein finales Battle. Okay, warte, ich roll einmal kurz runter. So. Ihr rollt jetzt nicht. Doch, ich muss doch einmal... Ist wie Rebirth. Digga, er rollt da einfach runter. Das ist nicht wie Rebirth'n. Ja, ich verschwende da jetzt nämlich mein 7 Millionen Essen jetzt hier gerade. Was ich gerade gegessen habe. Okay, warte, ich kaufe mir kurz hier ein krasses Ei. So. Lego-Ei. Oh, toll. Wie weit geht das denn hier runter? Sag mal. Okay, bist du bereit? Rebirth 3, 2, 1, jetzt. Alter, ich habe noch 6 Millionen Food. Mach doch! Okay, Rebirth. Oh, ich hatte 6 Millionen Essen, Alter. Das ist voll verschwendet jetzt dadurch. Oh, mein Gott. Komm, weiter, weiter, weiter jetzt. Was machen wir? Bis morgen machen wir? Warum bist du so fett direkt? 5 Millionen. Okay, bis 5 Millionen. Wie weit bist du gerade? Und dann zuerst, wie er wieder oben ist. 2 Millionen bin ich jetzt. Ich bin bei 3 Millionen. Was? Nein, ich muss ja da essen. Und dann musst du runter, weil der zuerst dann wieder oben ist. Okay, okay. Und 4 Millionen? Nein. 3,1. 3,2. Das kann nicht sein, dass ich das verhaue. Und ich habe 5 Millionen und ich habe 5 Millionen und ich die Rolle. Nein, ich habe nur noch 5 Millionen. Mal gucken, wie viele Wins ich da durch jetzt bekommen. Mal gucken, wie viel aussehen. Ich glaube gar nicht so viel. Das ist so limited. Ich will jetzt gerade mal. Ja, das ist limited. Alter, du bist schon wieder. Und jetzt haben wir erst 5,6 Millionen. Alter, du hast einfach gewonnen, Junge. Easy, Leute. Ich bin der fetteste in der Welt. Oh, Kaspar. Was geht ab? Guck dir mal die ganzen Münzen hier an, die wir einsammeln können. Oh, wir werden heute reich. Wir werden echt heute reich. Oh, oh, oh. Die ganzen Münzen, oh mein Gott. Und das Ding ist, denkst du, dass wir heute Millionäre werden? Oh, also ich hoffe es auf jeden Fall. Wir können später, glaube ich, noch so Eier kaufen. Das sind so Haustiere. Dann kriegen wir noch mehr Geld. Also, oh mein Gott. Ach, kriegen wir auch noch? Das ist heute so wild. Alter. Tja, okay, guck mal, pass auf. Ich habe jetzt gleich schon 150 Münzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe jetzt, oh. Ich habe jetzt gerade 130. Ja, doch, doch. Okay, pass auf, der sagt mir, mein Rucksack ist voll. Ich muss jetzt einmal gerade kurz verkaufen. Aber mir auch. So, das heißt, hier jetzt haben wir verkauft. Genau, jetzt habe ich 1.500 Diamanten. Und jetzt können wir hier. Oh, ich kann hier ein Ei kaufen, sagt ihr mir hier. Hier können wir zum Beispiel was holen. Das geht's, die brauche ich noch nicht. Die brauche ich noch nicht. Ich würde sagen, ich hole mir hier, guck mal hier. Oha, oha. Hier ist mein Zuhause. Hier noch, ach, hier kannst du dir Rucksäcke kaufen. Lol, wie cool. Also ich glaube, ich kann jetzt hier. Oh. Ich habe jetzt, ich habe gerade heftige Münzen hervorbeschworen. Mit so einem Blitzschlag. Das wollte ich gar nicht. Ach so, das hast du gekauft dann. Okay, pass auf. Ich kaufe mir erstmal einen größeren Rucksack. Den kannst du dir auch kaufen. Der kostet 450 Diamanten. Okay, dann mache ich, okay. Direkt mal einen größeren Rucksack kaufen. Sehr, sehr gut schon mal. Jo, wichtig, wichtig. Und dann direkt wieder eine Einsamung. Irgendwo, was war der, Cosmos-Skill oder sowas. Guck mal hier. Genau. Hier können wir auch unsere tägliche Belohnung können wir hier noch abholen. Pass auf, ich habe jetzt hier so einen Cosmos-Skill. Wow. Okay. Alle Münzen in der Luft, die sammeln sich automatisch ein. Ja. Wie? Ja, du musst hier zu den Leader-Rennen gehen. Und Speed-Skill auch nochmal ganz kurz, dass ich schneller werde. So. Okay, okay. Ja, Speed ist auch wichtig. Das heißt, ich glaube, ich kann jetzt, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich jetzt? Ah. Wow. Ich mache den Naruto-Run. Wie? Wie? Hä, ja, du kriegst dadurch voll... Oh, das geht aber nur für ein paar Sekunden, ne? Ja, ja, das ist nur für ein paar Sekunden. Aber das Ding ist, kannst du jetzt den hier machen. Aha. Oh mein Gott, was passiert hier alles? Siehst du das? Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Das ist voll heftig, ne? Aber ich kann jetzt auch wieder den Blitz hier machen. Ey, ich kann 2000 Münzen einsammeln. Du kannst 2000 Münzen einsammeln. Also, ich kann auch 2000 Münzen einsammeln. Im Rucksack, weißt du? Ich kaufe mir auch gleich mal nochmal den Blitz. Den brauche ich auch auf jeden Fall. So, also ich habe jetzt 2000 Diamanten. Und ich kann es auf jeden Fall mal ganz kurz hier verkaufen. Aber es ist 6000. Das heißt, ich kann jetzt hier, glaube ich, was kann ich mir jetzt kaufen? Kaufe ich mir jetzt einen Kosmos-Skill. Fire-Kosmos. Oh mein Gott, der blitzt doch echt stark, ne? Oder ist das hier? 2500. Hier nochmal Münzen einsammeln. Sehr schön. Und noch einmal jetzt hier Fire-Kosmos. Ey, wir müssen auf jeden Fall unsere tägliche Belohnung noch hier abholen, ne? Hier, komm, ich gehe ran. Haben wir eine tägliche Belohnung? Wo bist du? Ah, erst mal wir Level 3 sind. Welches Level sind wir jetzt gerade? Äh, ich bin jetzt gerade fast Level 2. Ich bin jetzt fast Level 2. Ich auch, ich auch. Ich wollte zum Beispiel Feuerball. Oh mein Gott. Das ist leider nicht. Wie viele Münzen. Oder was? Das ist echt hässlich. Oh Gott, hier sind einige Münzen. Ey, die geben vier Coins. Oh mein Gott. Ja, manche geben mehr, ne? Hast du gerade neue Münzen gefunden? Oh, jetzt geben alle vier Coins bei mir. Ja, aber wir auch. Stimmt. Was? Ich glaube, bist du Level 2 geworden. Vielleicht deswegen, ne? Ah, das kann sein. Ich kann mir vorstellen, das ist das. Also, so kannst du uns hier verkaufen. Jetzt habe ich hier 6000 Diamanten. Ich würde sagen, ich kaufe mir dafür mal eine neue Geschwindigkeit. Ich verkaufe hier auch mal. So, weg damit. 10.000 Diamanten habe ich. Boah, jetzt kriege ich doch jedes Mal 6, wenn ich da durchlaufe. Sehr gut, sehr gut. Okay. 10.000. Ich mache jetzt hier wieder Feuerball. Pass auf. Oh. Alter. Okay, jetzt habe ich mir auch endlich mal den Feuerball geholt. Ey, wir müssen echt mehr diese Sachen skillen, ne? Ja, okay, das ist echt wichtig. Oh, richtig, warum wir ganz das wissen? 6 richtig stark hier. Mega-Patt steht hier, ne? Also, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir auch Haustiere bekommen. Also, hier sind einmal Ranks. Ach, da ist nicht der Blitz hier. So. Wir brauchen Haustiere, die können wir später kaufen und die geben dann noch Multi-Pier, weißt du? Aber die können wir erst später kaufen, sagst du, die Haustiere? Ja, das dauert das. Ich gucke mal, hier zum Beispiel kostet ein Haustier 200 Robux. Das können wir uns doch eigentlich mal holen, oder nicht? Oh, stimmt. Guck mal, hier drüben sind doch welche. Hier sind 400 Eier. Hier sind welche, hier sind welche. Hier ist ein Hühnerei. Das Hühnerei kostet 500 ja nur. Das mache ich, da kaufe ich mehr. Ich habe jetzt gekauft. 100 Robux. Okay, ich kaufe jetzt auch ganz kurz ein Hühnerei. Und Schwein. So. Okay, es ist aber, ich kaufe mir direkt ein paar mehr. Ich habe eine Katze. Okay, ich kaufe mir auch direkt ein paar mehr. Fisch? Ich meine drei Stück. Ich glaube, es lohnt nur, wenn du ein paar mehr hast, weißt du? So. Okay, okay, ich kaufe auch gerade. Noch mal ein Fisch. Noch mal eine Katze. Oh, Mann. Ich will jetzt hier mal was Seltenes ziehen. Ich will auch was Seltenes. Mann. Ich habe einen Hund. Der ist selten. Nee, der ist nicht selten. Der ist nicht selten. Der ist auch normal. Ich möchte die 1%-Chance haben, Kaspar. Mann, ich habe zwei Hunde schon. Ich will jetzt endlich... Oh, jetzt gleich kriege ich die 1%-Chance. So, pass auf. Erstmal equippe ich die jetzt alle. Und... Oh, die machen mal fünf. Oh, mein Gott. Okay. Ach, man kann die... Ach, die machen alle mal vier. Okay. Das heißt... Ey, ich bin kaufsüchtig oder so. Ich habe schon so viele gekauft. Wo kann ich die denn alle aktivieren? Ey, jetzt kriegen wir so viel mehr. Wir kriegen jetzt so viel mehr Münzen. Was? Ja, wir kriegen jetzt gerade richtig viel mehr Münzen. Das ist echt unnormal. Kann ich nur ein Haustier zurzeit equippen? Nee, nee, drei Stück. Drei Stück kannst du auf einmal equippen. Ah, hier steht es. Okay, okay. Wieder eine Katze. Aber ich frage auch mal... Oh, ich habe einen Hund schon... Der Hund ist schon richtig weit gelevelt bei mir, ne? Ja. Okay, hier. Also... Ich glaube, ich nehme mir dreimal einen Fisch wahrscheinlich, ne? Ich glaube, man kann die auch... Können wir die löschen? Nee, aber man kann 25 Stück haben. Oh, ich kriege 60 Münzen. Holy... Du kriegst 60? Oh, das ist viel. Ja, Mann, ich kriege 60 Münzen. Wieso kriegst du 60? Was hast du dir geholt? Nee, nur mit diesem... Weißt du? Oh, Backpack direkt. Ich habe einen Fisch. Ja, hatte ich auch schon drei, vier... Ach so, aber ich glaube, der Fisch bringt voll viel, ne? Guck mal, ich habe hier zwei Fische und einen Hund um mich herum. Ja, der Fisch bringt am meisten. Ich habe nämlich auch den Fisch... Ich habe den Fisch... Ich habe den Fisch über fünfmal gezogen. Ich kriege jetzt 15 Münzen. Oh, jetzt kriege ich 90. Was? 90 sogar? Oha, mein Rucksack ist voll. Schon wieder voll bei mir. Ich habe schon... Ich habe 50.000 Diamanten. Was? Oh mein Gott, das geht richtig schnell auf einmal. Okay, ich hole mir noch mal kurz mein Daily Reward. Okay, pass auf, warte. Hier noch ganz kurz Blitz. Und nochmal geile Münzen jetzt hier am Start. Oh, Alter. Ja, nehmen wir alles mit. Ich kriege ja so viel. Oh mein Gott, das gibt so dick Geld, ne? Pass auf. Schon wieder voll. Oh mein Gott. Ich habe jetzt auch 50.000 Diamanten, also. Ich habe 70.000 schon. Was können wir davon kaufen? 70.000? Ich kaufe mir jetzt erstmal einen neuen Blitz. Neuer Blitz ist wichtig. Ja, okay. Ich hole mir hier Speed. 12.500. Und Speed kaufe ich noch einmal ganz kurz. Oh mein Gott, ich habe schon richtig dick Speed geholt, ne? Ich habe für 25.000 Speed geholt. Ey, ich weiß... Speed... Oh, er bringt 120. Himmels. Was? Okay, ich habe nochmal einen stärker. Oh mein Gott, ich brauche einen größten Rucksack. Ich brauche einen größten Rucksack. 115.000. Mein Rucksack ist zu klein. Oh ja, Rucksack brauche ich auch einen neuen. Stimmt. Komm, komm am besten mal ganz schnell hier hin und kaufe meinen Rucksack für 6.500. Dann hat man 13.000 Platz. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich bin nicht... Also, okay, pass auf. Lass gleich so dich anfangen, oder? Und? Drei. Zwei. Einmal wie zuerst voll ist. Die los! Was? Oh. Lass gleich so dich anfangen. Okay, los. Und ich kann mir auch noch jetzt hier den Daily Reward holen, der natürlich auch noch richtig viel bringt. Ne, dafür musst du glaube ich in so eine Gruppe beitreten. Ah, so ist das auch gerade. Okay, okay. Ja, hier nochmal ein bisschen. Alles in Ordnung. So, da ist das Ding auch voll. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz hier den Astralkosmo. Dann den neuen Thunder. Warte mal, was kostet hier das andere Ei? Okay, das kostet 100 Robux. Hier noch Skill Level. Okay, also ich habe jetzt hier erstmal astronomischen Neon. Oh Gott, ich wollte mir gerade Speed holen für 250.000. Für 250.000? Ja, wollte ich mir gerade holen, aber hatte nicht genug Geld. Okay, warte mal, ich muss mir nochmal, glaube ich, den Rucksack holen. Bei den ganzen Münzen, die ich jetzt glaube ich gerade bekommen. Ja, ja. Das ist 37.000. 97.000. Ja, okay, das geht ja klar eigentlich. 37.500. So, Abfahrt. Ich bin level 6 jetzt sogar schon. Hey, hier kannst du auch noch ein Ei kaufen, ne? Aber es sind so Spezialeier. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. So, und jetzt. 3000 Münzen nochmal bekommen. Hier, kurz regnen lassen. Ich glaube, wenn man Donner zuerst macht und dann die Münzen hoch macht, kriegt man, glaube ich, am meisten Geld, ne? Oder irre ich mich da? Meinst du? Ich könnte es mir schon vorstellen. Wir können es auch hier teleportieren, ne? Was teleportieren geht auch. Ich mache auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Speedrun. Dann teleportieren. Ah, wir haben noch keine verschiedenen Zones freigestaltet, okay. Ich hole mir auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Dinge. Guck mal, hier steht, was du hast. Guck mal, hier. Wenn du dreimal, wenn du fünf normale Tiere ziehst, wenn du die fünfmal ziehst, kriegst du einscheinend. Okay, dann ziehe ich einfach nochmal ein paar Tiere, ne? Digga, ich ziehe jetzt erstmal. Glaub mal, ich ziehe jetzt erstmal 100 Tiere raus. Ich habe ein Schwein. Ich habe auch schon alles. Hier noch ein Schwein. Schwein ist nicht schlecht, glaube ich. Ich habe schon zehn Stück. Katze. Ich will jetzt mal was Seltenes ziehen, hier, Mann. Katze, Katze, Katze. Wieder ein Fisch. Aber ist doch gut, wenn du einen Fisch hast. Digga, ich habe bestimmt schon 20 Fische oder so. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wieso ich hier so viel jetzt in die ganze Zeit. Oh, ich habe... Schon wieder ein Fisch. Oh, ich kann meine Katze... Evolve. Zusammenfügen? Wie geht das? Wie geht das? Ja, wenn du davon fünf Stück hast, dann geht das. Ja, wo drück ich drauf? Triple oder was? Ja, genau. So, Fisch, das ist schon wiederbekommen. Es kostet 99 Euro. Nein, nein, du musst recht auf die Pfote gehen. Recht auf die Pfote gehen. Und jetzt kann ich mal Fisch damit auch dingsen. Genau. Jetzt kann ich mal Fisch auch Evolveen. Jetzt kann ich da 10.000 Sachen schon... Equip. Und jetzt muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Glück haben. Ah, hier Evolve, ne? Ja, genau. Ah, lol. Cool. Wieder ein Fisch. Das kann euch angehen. Ich möchte mal das Seltene jetzt haben. Was ist das Seltene? 1% Chance. So, wieder ein Hund. Ich brauche hier unbedingt wieder Fisch. Ich werde mir jetzt erst mal ein paar Mal die Eier holen. Sag nicht, wie es ist. Ich brauche jetzt erst mal ein paar Shineys. Ja, also ich mache jetzt auch erst mal ein paar Shineys. Wieder ein Fisch. So. Guck mal ganz kurz. Ich kann jetzt hier zum Beispiel so die Katze auswählen. Aber ich frage mich jetzt gerade. Ich habe schon zwei Shineys. Wie viele Shineys brauche ich, um einen Rare zu bekommen? Drei Shineys nur. Drei brauchst du, dann hast du einen dämonischen. Oh mein Gott. Okay, okay, dann habe ich das gleich. So. Okay, ich brauche noch ein paar Fische dann. Ich glaube, mir fehlen noch ein Hund. Und dann... Hast du auch schon drei Shineys? Also ich kann, wenn ich jetzt gleich ein Hund habe, dann kriege ich, glaube ich, ganz, ganz gute Sachen wieder. Aber ich habe wieder ein Schweinchen bekommen. Das ist aber ganz gut, weil Schwein ist so ungewöhnlich. Okay, Hund. So. Ich mache die jetzt zusammen hier. Ich brauche noch ein paar Fische. Wolven. Und dann habe ich jetzt goldene Hunde. Und mache jetzt ganz dafür das hier. Oh, ich habe was selten. Das gibt es doch nicht. Ein Hasen. Ich dachte, der wäre selten. Scheiße. So. Und jetzt... Oh, ich kriege jetzt schon viel, viel mehr Münzen. Nee. Noch mal ein Hasen. Okay. Nee. Nee. Komm, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Alter. Und wieder so ein Hund, Mann. Okay, das Ding ist, wir sind sogar gleich schon Level 10. Also ich glaube, ich bin gleich schon Level 10. So hier. Was, ich bin Level 5 noch? Wie kannst du denn schon Level 10 sein? Ich bin Level 6. Ich bin Level 6. Huah, huah, huah. Hier, Katze, Evolven. So, zack, zack, zack. Man, ich will noch einmal so ein Stück zu Fischer haben. Ich brauche nur noch, wie viele Fische brauche ich denn? Ich brauche noch drei Fische. Whiii. Whiii. Okay. Also ein Rucksack ist, glaube ich, schon wieder voll. Wie, wie passt denn dein Rucksack mittlerweile rein? 32,000, halb genau? 32,000, halb genau. 32,000. Jetzt kann ich hier wieder upleveln. 250,000 für den Obsidian Speed. Dann noch einmal 500,000 für den Cosmo. Ey, Mann, ich ziehe gerade so viele Eier am Rock so. Oder 7,000, okay, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Oh, Mann, ne, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ich brauche schon 10,000, Egelus. Oh, wieder Anon, Mann. Ich glaube, du verschwellst deine ganze Zeit damit. Ich glaube auch. Ja, endlich ein Fisch. Noch zwei Fische. Ich brauche nur noch zwei Fische, dann habe ich drei Schalte Fische. Alter, ich muss einmal nur durchsprinten. Oh, schon wieder noch ein Fisch. Ja, ich kann mir jetzt, glaube ich, Kosmos holen. Das heftige, heftige Skill-Dings, ja. Mann, ne. Im Kosmos-Ball. Oh, ich bin echt gespannt gleich. Ich muss noch einmal Fisch ziehen. Dann habe ich einfach einen Shiny-Fisch. Einen Shiny-Fisch? Oha. Nicht einen Shiny, sondern einen Ultra-Rare. Hier, Dings, diese in Dunkeln. Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Und da bin ich echt gespannt, was der mir gleich geht. Ich habe jetzt einmal den Einhorn-Rucksack. Der ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und dann voll durchlaufen. Yeah. Oh, hier. Yeah. Alter, das geht ja mal übertrieben ab. So. Ey, Mann, wie viele soll ich denn hier noch öffnen, Mann? Oh, 4.000 einmal dafür bekommen, ne? Oh, 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 oh. Jetzt hat der ja gedonnert. Okay, jetzt habe ich so die Katzen. So, zack, und. So, komm, komm, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Ja, ich habe ihn. Hast du eigentlich einen Fisch bekommen? Jetzt hast du Dämonen, oder was? Ich habe den Fisch gezogen, ich evolfe, und jetzt habe ich drei Shinies. Jetzt kannst du die auch noch evolfen. Ich habe ein Ultra-Rare-Ding. Und was bringt der? Wie viel extra bringt der? 12x. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, der gibt richtig gut, ne? Ich kriege 600, ein bisschen was schon gekauft, jetzt habe ich, ich habe jetzt zwei Millionen Diamanten, und nehme jetzt hier, oh, das kann ich. Hä, wieso, wie kriegst du denn 600, wie kriegst du denn mehr als ich? Ja, ich habe halt gut investiert. Ja, wie gut investiert, das hat ja gar nicht gelohnt, dass ich das die ganze Zeit gemacht habe. Klar, so, ich habe jetzt den neuen, den neuen Blitz, den habe ich jetzt. Ach so, okay, du hast da, das gekauft. So, ich bin jetzt auf fast Level 10. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alter, ich habe gerade so viel bekommen, ne? Ich habe gerade so viel bekommen. Und, die andere Spezialattacke hier, lass die Münzen schweben. Sehr gut. Okay, das Ding ist, ich habe jetzt dein Level 10 freigeschaltet, das ist schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ja, ich gehe auch gleich noch auf Level 10, ne? Ich level hier gerade ohne Ende. So, zack. Dann sind wir bei Level 10, das wäre doch cool. Das wäre echt mega cool. Oh, ich habe 740.000 Diamanten, ne? 740.000. Oh mein Gott, 740.000 Diamanten habe ich. Oh. Und für 500.000 habe ich mir gerade Kosmos geholt. Oh, das wird gleich richtig dick gehen Ich weiß auch ganz kurz, den hier Einhorn-Rucksack wird eingekauft So, ich habe jetzt Oh mein Gott, so viele Münzen So viele Münzen Echt? Kriegst du richtig dick? Ja, ja Ich habe jetzt fast 2,3 Millionen Ich kann jetzt einmal ganz kurz Blitz machen Zack und direkt Kosmos Ich kriege 6.000 Münzen Einfach für diese Kosmos Heftig, ne? Das ist echt mega heftig Yo, Kaspar, was geht? Oha, guck mal, wie wir hier hüpfen können Ich zeige dir jetzt mal, wie schnell ich jetzt hier vorne Nämlich Rackdollen kann Die Klicks ohne Oh mein Gott, klick, 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 klick Wir sind echt sehr langsam, Kaspar Ich habe 600 kmh gleich Wie, 600 kmh Oh, was? Und zack Ich bin ein neuer Rekord für mich auf jeden Fall Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen, Leute Ich auch nicht, gerade mal Stufe 1 Ja, gerade mal Stufe 1 Was machen wir jetzt aber, damit wir noch weiterfliegen können? Und zwar Wir können uns erstmal jetzt hier durch die EP-Kiste holen Da kann man so Aber nur, wenn man VIP hat, ne? Ich glaube, das hat einen Fall nicht, ne? Dann können wir hier auch Haustiere holen, ne? Ein Anfängerei für 20 Ja, das mach ich Das, äh, Anfängerei Mach ich Veröffentliche mal direkt mal 3 Eier, würde ich sagen Ja, würde ich auch was sagen Selten Wie, du hast selten? Ich habe auch selten eine Katze Habe ich auch, habe ich auch was Okay, was kriegen wir noch? Komm, ein bisschen mehr Glück jetzt Blocker kommen Blocker kommen Oh, Krokodil Wie, Krokodil Nein, was scherzt Ich habe auch irgendwas Ah, ich dachte gerade nur um 1% Ich dachte gerade, Alter Episch Lol Was? Ich habe dreimal selten Jetzt aber eben einen Hund Einen Hund habe ich Okay, warte, das sieht mal ganz gut alle aus So Man kann, glaube ich Wie viele Haustiere kann man auswählen? Drei Noch was selten So, jetzt haben wir drei Haustiere Das können wir, glaube ich Hier vorne wieder auf den Weg hin klicken, ne? Das ist hier nur diese Klickzone Je mehr du jetzt hier klickst, ne? Ah Kliiii Warte mal, ich Oh mein Gott Ich habe jetzt nur 1.300 Geschwindigkeit Kliiii Ich kriege plus 16 Wie viel kriegst du? Ich kriege auch plus 16 Ich habe 1.000 Oh Oh mein Gott Ich habe 3.300 Wie, was? Ich bin Ich habe auf einmal von 1.700 Oder so auf 3.000 Auf einmal gekommen Bist du gerade weit geflogen, oder was? Bis 900 bin ich geflogen Alter Oha Okay Das hat geschmeckt Ich habe jetzt, warte mal Ich habe jetzt 200 Münzen Wir können auch hier vorne Ich glaube auch, ja Ich glaube, dass wir unsere Schienen Und sowas kaufen können Oder auch Boosts Und ich glaube, bei den Schienen Können wir uns nämlich hier so eine Ja, okay Das sind so einen Gleiter Ja, das sind doch nur die Dinger hin Wie das so aussieht Und hier sind auch nur so VIP Sachen Okay Und jetzt die Premium Belohnung Komm, ich will das haben Ich bin doch Premium Ja Geldbonus Plus 1,5 Wie, plus 1,5 Ja, jetzt bekomme ich immer 1 mal 1,5 so viel Geld Und ich habe 2.000 als Bonus Bekommen 2.000 Münzen Ey, das ist voll unfair Nur weil ich Dings habe Aber Warte mal Ich kann Du kannst doch in der Klickzone Seitlich, glaube ich, gehen Ah Ich klicke so doll wie es geht Okay Okay, okay, okay Oh mein Gott Jetzt kriege ich bloß 42 Klickzone Boah, was Ich bin gerade Alter, ich bin bei 3.000 schon wieder Wie bei 3.000? Ich bin bei 400 gelandet 3.000 Fast 4.000 geklicks Okay, warte mal Ich habe jetzt gerade Ich habe jetzt gerade genug Geld Ey, ich habe nur 4.000 klicks Und ich springe bis 1.100 Alter, komme ich hier weit Was? Okay, ich muss auch mal ganz so viel was holen Äh, man kann nämlich hier nochmal ganz kurz Ich habe Klasse 1 schon mal abgehakt Ich brauche jetzt neue Haustiere Man kann nur mit diesen Haustieren weiterkommen Oh, ich kann ein Geschenk machen Oh, ich könnte dir was schenken So Schenke mir was cooles So, jetzt mal gucken Ich kaufe jetzt mal ganz kurz Eine kleine Finanspritze Was, suchst du dir Münzen? Ja Okay, wenn das so ist, hole ich mir ja auch Münzen Also wie holst du hier? Eine Million oder was? Äh, 10 Millionen habe ich mir geholt 10 Millionen sogar Ja, und davon kaufe ich mir jetzt hier für eine Million auch ein krasses Ei Dann hole ich mir auch ganz kurz mal eine, äh, 10 Millionen Oh, selten Die Schlange Ich brauche ein bisschen Glück jetzt Gewöhnlich, der Goldfisch Ey, dass ich hier selten bekomme, ne? Ich sehe auch gerade, was ich bekommen habe Was denn? Durch dieses Premium-Ding Komm schon, komm schon Guck mal, du siehst deine Haustiere, ne? Episch Affe Nein Nein Episch Wie viel gibt der? Wie viel gibt der? 30 Warte mal, guck mal, guck mal, noch das letzte Ei Jetzt muss ich springen Jetzt muss ich springen Wieso musst du jetzt springen? Ja, weil ich jetzt übel krass unterrichten Hier, guck mal Nochmal Episch, ich habe zweimal den Affen Das glaube ich nicht Ja Oh mein Gott, ich habe schon 10.000 Geschwindigkeit 12.000, 15.000 Warte, ich komme auch, ich komme auch Ich habe das gerade bekommen Oh Was? Ja, hast du auch so ein gutes Haus hier bekommen gerade Alter, ich habe 24.000 Speed Oh mein Gott, wie weit ich komme Wie weit ich komme, Bro Okay, warte, ich komme, ich komme 10.000, 11.000, 12.000 Wie weit komme ich? Ich klicke so schnell wie ich kann Ich klicke 15.500 Ich klicke 15.000 Oh mein Gott, Bro Neuer Rekord Oh mein Gott, ich bin richtig weit Ich bin richtig weit Du auch 15.000? Ich sehe es, ich sehe es Oh Oh Ich rake doch richtig weit Wo gehe ich hin? Sehr gut, sehr gut Ja, sehr gut Warte, ich roll bis 11.000 Ich bin bis 11.000 hat gerollt 15.000 bin ich gekommen Alter, was? Warum bist du so weit gekommen? Ich habe krasse Ich habe so ein Premium Tier bekommen Das bringt mir plus 2.000 Geschwindigkeit Plus 2.000? Okay, ich habe jetzt zweimal so ein 900er Tier bekommen Oh mein Gott Ja, ich habe auch schon Alter, Junge, wie ein 900er Tier Die habe ich auch alle Ja, aber die bringen ja nichts Weil man kann ja nicht die ganzen Haustiere aussehen Ich sehe gerade, weißt du, was ich alles habe Was hast du? Ich habe ein episches Ziel gezogen Mit einem 1.000.000 Ei Und das bringt mir 2.300 Speed Ja, den Affen oder was? Den Affen, der bringt mir 2.300 Wie viel bringt ihr dir denn? Ja, auch 2.300 Also ich dachte, 900 Ah Nee, nee, der bringt mir auch ganz schön viel Und jetzt, warte, ich gehe nochmal hier rein In die Klickzone, Leute Oh mein Gott, ich klicke so schnell Ich kann gerade Ich kann gar nicht hingucken Oh mein Gott Oh mein Gott, 32.000 Oh mein Gott, ich kann hier so viele Münzen ein Oh mein Gott, ich bin schon bei 24.500 Oh mein Gott, ich kann hier so eine kleine Sache Was glaubst du hier? Und zwar, da ist die doch nicht schlecht aus, Leute Yeah Okay, was hast du dir da jetzt geholt? Ich habe mir jetzt gerade was geholt Okay, okay, okay Ich könnte mir auch die VIP-Pass holen Du hast du durch eine... Die VIP-Pass habe ich ja nicht Achso, okay, okay, okay Ja, alles gut Alles gut Ja, der Premium-Bonus Ich sehe gerade, ich habe so einen Boost aktiviert für 6 Minuten noch Doppelte Geld und doppelte Klick Ach, kein Wunder, dass du so weit kommst Ja, aber automatisch, weil ich so Premium bin oder sowas Okay, warte mal, warte mal Ja, eine Goldkiste ist randgesporn Ich sehe es gerade, wo ist die Goldkiste? Wo ist die Goldkiste? Oh mein Gott, jetzt fliege ich extrem hoch Ich fliege extrem hoch, Leute Wie hoch bin ich? Oha Ich fliege gerade ein bisschen weit Ein bisschen sehr weit fliege gerade Ich habe jetzt was bekommen hier Haustier Bro, was? Wo bin ich denn bitte schön? Was glaubst du, wie weit ich bin? Guck mal unten, siehst du das? Oh mein Gott, wie weit fliegst du? Siehst gerade Wie weit fliegst du auf einmal? 28.500, Leute Was? Okay, ich habe jetzt gerade Warte mal, ich will noch mal ein bisschen Was machen wir mit dem Geld noch? Was können wir mit dem Geld noch machen? Ähm Hm Oh, guck mal, er sagt, alle sollen nicht Abo Ehre Ehre, 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 ehre Okay, warte mal, ich kaufe nochmal Alter, die sind doch krasse Eier, ne? Für 10 Boosts Ich hole mir jetzt mal einen Boost Mal gucken Warte mal Hier ist ein Roblox Ei Für 200 Ah, okay Ich habe keine Roblox mehr Ah, na toll Okay, dann kaufe ich mir ein 1 Million Ei Willkommen schon Ja, das hole ich mir auch gerne nochmal Ich wu Ich werde jetzt mal einen krasse Sprung machen Ich werde jetzt einen Krasse Sprung machen Selten Okay, ich habe jetzt noch einen Schlangen Oh, nicht schlecht Okay, und los Bisschen besser als der Goldfisch Oh mein Gott Da bin ich so schnell glitten Na komm Wieso, was hast du? 40.000 40.000 Speed Wow Okay, warte 50.000 Speed Okay, warte, ich komme, ich komme, ich komme Oh mein Gott, was habe ich hier für einen krassen Boost Wie weit oben bin ich bitte? Oh mein Gott Bro, ich bin so weit oben Ich bin immer noch 2000 Meter Oh mein Gott Und ich fliege noch weiter Let's go Oh mein Gott, ich habe 60.000 Speed Speed, was? Alter, ich habe gerade so krass geklickt, Leute Das war gerade nicht mehr normal Noll Komm, du, das ist ein neuer Rekord, bitte Ich brauche jetzt hier den neuen Rekord, Leute Nicht schlecht Wollen wir schon gut aufkommen Ich gucke mir jetzt noch erstmal auf ganz einfach nochmal so ein Läge hinein Alter, ich bin gesprungen Das hat was gebracht Hä? Wie springen? Alter, ich bin gerade gesprungen einfach Nochmal springen Nee, jetzt geht es nicht Ich bin gerade beim ersten Mal gesprungen Epe Schafe Das habe ich extrem weit gebracht, Bro Ich bin jetzt bei 33.000 Junge, krank Oh mein Gott, Leute Das war gerade richtig wild, ne? Okay, warte mal Was ist das hier? Oh mein Gott, wir können es die ganze Zeit wiedergebären Oh mein Gott, ich sehe es gerade Und nochmal der epische Affe, sehr gut Okay, warte mal Ich werde ganz kurz mal mein Geld ausgeben Aber ich glaube, man wird dann auch die Haustiere verlieren Meinst du? Ich glaube schon Ich werde nur noch ein paar Eier kaufen Das wäre blöd Das wäre blöd Selten, Schlange Okay, weil ich kaufe nochmal ein weiteres Ei, Leute Dann werde ich mich gleich mal wiedergebären Das haben wir gar nicht gemacht gerade, ne? Was wir machen sollen Ich hätte mir das die ganze Zeit machen müssen Hier, Schlange Dann wäre schon komisch, wenn die ganzen Haustiere weggehen, ne? Ja, ja, ja Aber ich kriege jetzt hier nicht das Das ist ja das seltenste, die Sphinx Oder der Löwe Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal schön hier den Boost mitnehmen Oh mein Gott, ich klicke gerade hier einen Weltmeister rauf Nein, ich bin längst nicht so schnell weg Deswegen kannst du jetzt noch zwei Eier öffnen danach Oh, 47.000 Uhr Schade Oh, okay, schade, Alp Das wäre auch echt cool gewesen Schade, 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 ja, ja Wir kommen schon jetzt ein bisschen mehr Glück Wir kommen schon jetzt ein bisschen mehr Glück Ein bisschen mehr Wieder goldfisch, okay, das letzte Ich glaube, es ist das letzte Ei Oh, oh, oh Dann werde ich rebirthen Mal gucken Oh, wie weit komme ich noch? Komm schon Oh, wappi, wappi, wappi Fischte Affe, okay, wichtig Okay, jetzt kann ich Wichtig, sehr schön Oh mein Gott, wie weit fliegt der denn da? Oh mein Gott, Wiedergeburt 1 Und die Hausfäre behält, Mann Die behält man? Wie behält man? Wo kann ich Wiedergeburt machen? Warte, ich kann, oh mein Gott, ich kann Fünf, warte mal Ich kann fünf ausrüsten, zusammenführen Ähm Was? Ich glaube, ich kann welche zusammenführen Zusammenführen Und zwar Hier ein Stück braucht man davon Ich führe jetzt die Schlange zusammen Ich brauche noch den epischen Affen Ich brauche noch den epischen Affen Dann kann ich auch zusammenführen Und zack, jetzt habe ich Was habe ich jetzt? Ja, ich verschaffe Hä, aber Nein, mach das nicht Ich kann die jetzt irgendwie nicht Dingsen Ich kann die jetzt nicht auswählen Oder doch Oh mein Gott, die bringt 4.500 Hier, bam, Merch Alter, das ist ja richtig krass jetzt Okay, ich gehe jetzt hier wieder rein Abbrechen 5.700 bringt der Klicken Alter Klicken Alter, okay Wie kann ich mich rebersen? Wie kann ich mich rebersen? Äh, bei dem Stern Du musst den Stern drücken Ah, ja, wiedergeburt Bam Und dann war die nächste wiedergeburt Die kostet wie viel? Die kostet 2.000 Münzen Jetzt habe ich auch gar kein Geld mehr Jetzt habe ich 5.000.000 verschenkt gerade Ah, ha, ha, ha Nein Verdammte Arzt Du musst damit die Tiere kaufen müssen Oh man, ich bin so blöd Okay, warte Der nächste kostet 5.000 Deswegen, man geht so durch den richtig krassen Bonus Ich kann mich wieder Und nochmal Alter Ich kann mich die ganze Zeit Das ist voll clever Zweimal Klickboost wurde geedit Okay Hä? Wie? Klicken Kannst du die ganze Zeit rebersen oder was? Du kannst reberfen Während du quasi fliegst und Geld einsammelst Das ist voll clever Ah Ah Okay Jetzt fliege ich gerade mega weit Mal gucken Oh ja Der nächste kostet 7.100 Wiedergeburt Zack Okay Hab ich gemacht Oh verdammt Komm schon Durch die Checkpoints Jetzt wiedergebären Wiedergeburt Wiedergebären Oh mein Gott Oh Tier Wir fliegen noch weiter Ich bin noch Warte mal Man kriegt auch neue Haustiere vorne Habt ihr einen Elefant bekommen Der bringt 1.400 Was? Man kriegt noch neue Haustiere? Ah Ja Oh Okay Warte mal Ich muss nochmal ein bisschen klicken Weil du kriegst dadurch jedes Mal so Geldboost Ah So Wieder viel Klick Leute Mach ich auch Mach ich auch Drau Und Ja Okay Okay Wie weit fliegst du Warte Äh 20.000 Ich glaube ich kann mich gleich Dingsen Ich glaube ich kann mich gleich wiedergebären Und Springen Weiter fliegen Weiter fliegen Weiter fliegen Geld mitnehmen Geld mitnehmen Checkpoint hier Ich hab glaube ich mir ganz viel Speed abgezogen Leute Das war gerade nicht so schlau Ich bin jetzt gerade bei 13 Ich bin bei 14 Da bist du Nein Ich bin hinter dir hier gerade Ich kann mich auch wiedergebären Alles gut Alles gut Ich hab jetzt direkt wieder Nochmal zweimal Klick Boost Ich hol mir jetzt hier Was bringt Was hat der Elefant gebracht an Boost 1600 oder 1700 oder so Oh das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich Ich öffne hier auch rein Oh ich krieg mich wieder richtig schnell 30.000 wenigstens Oh Selten Das Pferd Oh Wie das Pferd Oh das bringt aber weniger als meine anderen Sachen Hä was soll das denn Oh Achtung Oh verdammt Oh ich schlitter hier rüber Ich slide Oh ich fliege Komm schon Ich will mich blühen können Ich baue dafür 50.000 Bisschen brauche ich noch Leute Oh Hier durch 6000 Komm schon ein bisschen mehr Speed Nein Okay ich bin bis 30.000 gekommen Ja ich bin an meinem Limit Ich bin an meinem Maximal Man kommt aber immer weiter Jetzt kann ich schon 7 Mal 7 Geldbonus Ja man kriegt immer mehr Das stimmt Und ich glaube ich kann jetzt hier Warte mal kann ich wieder vorn Ich habe schon irgendwelche Ausfälle gesehen Wow Noch weiter Also das ist nicht die ganze Zeit ein Rebirth Das ist extrem wichtig Ja safe 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 Also ich glaube noch weiter Oder warte mal kann ich mich repersonieren Komm schon 30.000 30.000 15.000 Ja 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 Okay wir sind 34.000 gekommen Leute Bam 34.000 Ja also ich meine Ich meine jetzt vom Tempo her Oh 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 Jetzt wird es krass Jetzt Guck mal hier Wie ich durchbretter Wie ich durch die ganze Checkpoints gehe Erreiche 100.000 Gold Haben wir jetzt gerade bekommen Oh ich habe 3 oder so Nein 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 Komm schon bitte Gebt mir ein bisschen Geld Jetzt hier noch am Ende Bisschen Geld 23.000 Mir fehlt noch ein bisschen was Aber geht mehr Ey was mir fehlt Warte wenn ich jetzt die Münze sammle Die bringen Ja 42 Münzen Weiter rutschen Weiter rutschen Weiter rutschen Weiter rutschen Ja genau Sovon rede ich doch Warte mal hier ist eine Kiste Die sammle ich ein Die sammle ich ein Die Kiste Wie was für eine Kiste Die liegt ja rechts Die sammle ich jetzt direkt ein Zeig mal Du kriegst noch Meine Kiste Alter ich habe richtig viel Speed gerade Ich habe richtig viel Speed Ich habe sie eingesammelt Nein du hast sie echt Ich habe sie eingesammelt Doll Was Okay ich habe es glaube ich Alter ich bin gerade extrem hoch Komm schon Was war da jetzt drin in der Kiste Ja ich kann reberfen Wichtig Leute Nicht schlecht Nicht schlecht Wiedergeburt Oh nein ich bin komisch aufgekommen Ich bin komisch Ich bin voll langsam Ey was Ey das war ja richtig langsam Nein ja aber trotzdem sind wir immer ziemlich weit gekommen Muss ich sagen Muss ich auch sagen Finaler Sprung Komm finaler Sprung Okay okay wer wird jetzt besser springen Ich bin bereit Und Oh mein Gott ich habe einen krassen Start gehabt Oh mein Gott ich muss mich so konzentriert zu drücken Wie viel hast du 20.000 du 40 Ich habe 26.000 Bro ich habe so schnell gedrückt Ich habe 40.000 Ich habe so schnell gedrückt Oh vielleicht Wenn du jetzt schlecht landest dann habe ich noch eine Chance Komm schon Nein ich bin so weit in der Luft gerade Ich habe gerade alle Checkbox rein Nein ich bin auch schlecht aufgekommen Ey danach habe ich den Goldbonus Ja ich bin in Ordnung Ich bin gut aufgekommen Oh wir sind gleich auf Wir sind gleich auf Ich bin sehr Guck mal Ich fliege weiter als du Ja Nein Ja guck mal warte noch hier 8.000 Und 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 Habe ich 100.000 Münzen Nicht schlecht Verdammt Ich habe die 100.000 Münzen Leute Yo Kaspar Yo Kaspar Was geht was geht was geht Na Heute spielen wir endlich mal den Speedman Simulator Oh mein Gott Okay also was genau müssen wir da machen Das musst du mir ein bisschen erklären Wir müssen das heute probieren Pass auf ich kann jetzt mal ganz kurz hier diese blauen Schuhe auswählen Und dann laufe ich mit denen Okay weil ich muss glaube ich Was du kannst mit denen schon laufen Ich kann mit denen gar nicht laufen Iiiiiiii Was bei mir geht das nicht Bei mir auch nicht leider Ich muss noch andere Schuhe auswählen Also das hat doch nicht ganz funktioniert Hier komm mal her komm mal her Lass mal Ich glaube wir können diese Schuhe hier nehmen oder Glaubst du wir können die roten nehmen Hier damit kommen wir rüber Ja Oh das gab eine Energie Ja verdammt Ich habe die aus den Ausgezogen Okay das heißt Die zieht sich automatisch aus Ehrlich Wenn du durchgelaufen bist Kriegst du eine Energie Wir müssen sozusagen also immer wieder rüber kommen So Genau Deswegen können wir auch unsere Energie Vorne Trainieren Beziehungsweise Unsere Ausdauer glaube ich Bei dem Bei dem Ding Bei den Laufbändern hier Also ich schwinge mich mal direkt mal aufs Laufband rauf Und trainier mal hier auf ganz entspannt Und Ja sehr gut Ja ich guck mal was das bringt Warte mal Ich mache es jetzt auch mal hier Jetzt hast du vier Energie Damit ich nochmal laufen kann Über das Laufband Oh ja Bei mir nicht Wie bei dir nicht Bei mir ist nicht viel Energie Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gerade Geschwindigkeit 3 Du auch oder hast? Geschwindigkeit 3 habe ich auch Genau auf jeden Sehr gut Sehr gut Ich würde sagen Wollen wir uns mal so eine kleine Energiebombe holen Dass wir so ein bisschen mehr Energie haben So eine Spritze sagst So eine Energiespritze Genau Ich würde mal sagen So das Energiepack von 800 Wie gepellt ihr das? Wo genau ist das? Ganz unten 49 Robux Holen wir uns mal Ja das holen wir uns doch mal Komm Gönnen wir uns die 800 Energie Und dann geht es jetzt hier aufs Laufband Yeah Alter jetzt können wir laufen hier ohne Endung Jetzt kriegen wir was Was kriegen wir jetzt? Oh und Wir kriegen natürlich mehr Geschwindigkeit Mann Wieso kann ich nicht laufen jetzt? So Oh mein Gott Der drückt ja voll auf ab hier Ja ja das gedreht mich ab jetzt hier So Der ist ja absolut am Laufen jetzt Und jetzt können wir glaube ich auch andere Schuhe auswählen Ja Ah Okay Ja hier Aber man läuft trotzdem noch relativ langsam habe ich das Gefühl Ja ich will schneller werden Also ich laufe jetzt mal mit diesen Dingen hier rüber Und bam Wie viel Energie bekomme ich dafür? 52 Energie bekomme ich Oh die sind zu schwer noch Hier 52 Energie 52 Energie Du kannst Warte mal Oh mein Gott Was kann ich noch machen? Oh mein Gott das geht nicht wirklich Ah ok du kannst auch mehrere Paare auf einmal nehmen ne Sehe ich gerade Ehrlich Du musst einfach nochmal anziehen Aber bei denen geht das noch nicht Weil wir dafür mit zu schwer werden Ah Dann habe ich das bei den Blauen gemacht Wie viele Paare hast du genommen? 1, 2, 3 3 Wir haben jetzt aber 1,5 die Energie bekommen Also das ist mal nicht wirklich ein großer Unterschied Ja ok 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 Guck mal hier Aber ich glaube später bringt das schon was Wir können auch sogar anscheinend Sachen upgraden hier Siehst du das? Upgrade Oh ja stimmt Das sieht auch gut aus ne Ich würde mal sagen Ich klicke mal Ah das kostet 20 Energie Um was zu öffnen Hier in der Mitte Guck mal Gebe auf die Mitte Und dann mache ich mal Open Und ich habe Einen Energieball oder so bekommen Ich habe irgendwas komisches bekommen Was soll das sein? Halt Was ist das jetzt hier? Ein Treatment Achso ein Laufband oder was? Und nochmal eine Energie Guck mal Jetzt haben wir Ah Und jetzt können wir die equippen Ah Cool Und die bringen jetzt quasi jedes Mal Also man kann drei Stück aus Das heißt Ich will nochmal ganz kurz Das habe ich wieder so einen Ball bekommen Ja ich hole mir auch nochmal eins Und So Und dann equip Jetzt habe ich drei Stück Oh mein Gott Eigentlich wäre es schlau Nur drei Laufbänder um dich herum zu haben Oder so ne Ja das wäre das Beste Was man gerade machen könnte Dann ziehe ich nochmal direkt hier Alter Ich will hier drei Laufbänder haben Was ist los? Oh ich kann Das Ding ist Diese Schuhe Diese anderen sind einfach zu schwer ne Oh komm schon Ich will dieses Laufbänder Nein ich habe es nicht bekommen Okay aber du kannst auch Sehe ich gerade Du kannst die auch kombinieren Die Sachen ne Ja dann kannst du Oder meinst du Evolven Oh ich habe die jetzt gerade alle Revolved Evolved meine ich So Hier nochmal Hast du so viele geholt Oder was? Ja ja So vier, fünf Stück Was? Und jetzt füge ich nochmal alle zusammen Evolved all Was passiert hier? Okay ne Hast du die so viele gekauft? Ja ja Jetzt habe ich drei Stück um mich herum Alter Jetzt wird sich hier erstmal Aber ganz entspannt hier Die Schuhe geschnappt So Und geht Ich habe es nur nur dran bekommen Ich glaube nur dran ist auch Gar nicht mehr so schlecht Sehr gut Ja sehr gut Also ich habe echt Glück Und ein Laufband schon gezogen Ne Da habe ich echt Glück gehabt Hier und was bekomme ich jetzt 120 Energie wenn ich rüber laufe Oh mein Gott Wie wenn du 120 120 wenn ich rüber laufe Ich schwinge mich hier direkt mal Ganz entspannt aufs Laufband Wie du kriegst 120? Ich bekomme 120 Energie wenn ich rüber laufe Ich kriege 109 Was hast du denn gemacht? Alter Ja weil ich so ein Laufband habe Aber ne du auch ne? Ja habe ich auch Ja ich habe Pass auf Ich habe meine Bälle Weißt du deswegen leuchtet das aus Komm mal deinen Ball an Komm mal meinen Ball an Ich habe meine Bälle Leuchten gleich Nein 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 Deiner hat noch so ein Netz mäßig Und meiner ist komplett gelb Wie ne Sonne Meiner ist auch gelb wie ne Sonne Ja aber ich habe meinen halt Evolved Weißt du Ich habe meine entwickelt Hab ich Ja ich kriege hier Ja gut dann glaub mir ehrlich Ich kriege hier 120 Energie Aber wir brauchen auf jeden Fall Das Ding ist wir brauchen auf jeden Fall Ordentlich mehr Geschwindigkeit Um das nächste Level freizuschalten Ja 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 Deswegen schwinge ich mich auch direkt Nochmal wieder aufs Laufband drauf Ich auch jetzt hier Komm mal ein bisschen laufen hier Okay ich habe 57 Kann ich jetzt schon diese Schuhe tragen? Ne die kann ich noch gar nicht tragen Ne die sind echt noch zu schwer ne Naja das geht noch nicht Wollen wir uns nochmal so ne kleinen Energie Boost Dingens holen? Ich glaube wir müssen uns nochmal ne Finanzspritze hier gönnen Oder sowas Wollen wir uns hier nochmal 800 Komm kaufe ich einfach so Komm wir kaufen uns nochmal Ich würde auch sagen wir kaufen uns 3500 Oh jetzt habe ich schon 800 geholt ne Ist halt wie es ist Dann kaufe ich mir 800 Okay Dann kaufe ich 800 Und jetzt ab aufs Laufband wieder oder was Und Man kann ja nicht mal 10 mal laufen hier Abflug Okay ich habe schon wieder keine Energie mehr Ich habe jetzt 79 Laufgeschwindigkeit Ich auch Wir werden schon ziemlich schnell Dann kann ich jetzt schon zwei paar tragen von denen hier Ah Immer noch nicht Was soll das denn? Sag mal Ich will nur zwei paar tragen hier Und rüber hier Was kriege ich jetzt? Immer noch nur 120 Energie Ich auch nur 109 Ich auch nur 109 Pass auf Ich kaufe jetzt einfach noch mehr Pads Und ich muss die alle kombinieren Weil dann kriegst du nämlich am meisten Energie Glaubst du das ist das was man machen muss? Ja Und nochmal Hydranten Okay Oh ich habe einen Ball bekommen Oh nochmal ein Treadmill Noch ein Treadmill Sehr gut Noch ein Treadmill Was? Du ziehst mir alle Treadmills weg Also alle Laufbänder Warte mal ich habe jetzt vier Alter ich habe vier Laufbänder Und es fehlt noch eins Okay ich brauche mehr Energie Ich muss nochmal rüber laufen jetzt hier Ich glaube Ich wollte roll Okay 1,4 Und das Ding kann ich jetzt auch So pass auf Kasper So du wirst gleich sehen Wie ich fünf Laufbänder habe Und jedes Mal ordentlich Energie bekomme Was? Wo hast du denn fünf Laufbänder her? Sag mal Werde ich gleich haben Ja und da war das Laufband Oh mein Gott das kann nicht sein ey Kann doch nicht sein dass du so viel Glück hast So das heißt ich habe jetzt Pass auf Kasper Ich evolve jetzt Ja Das Laufband Jetzt habe ich ein goldenes Laufband Und das kann man auch nochmal Und ich kann sogar mit Hydranten Evolven Und mein Ball Perfekt Was? Du kannst alles Evolven oder was? Ich habe jetzt drei goldene Sachen Warte mal Ich kann auch meinen Hydraten auch evolven So mach ich mal Und 1,7 Sehr gut Bei mir ist das alles Gold Wie viel kriege ich jetzt? Statt 109 kriege ich jetzt Du kannst auch Fünf Evolven Kannst du nochmal evolven 218 kriege ich jetzt Das Doppelte Was? Ja Okay warte mal Dann muss ich hier nochmal ein bisschen mehr Richtig ordentlich ne? Das ist richtig richtig ordentlich So oh mein Gott Laufband Laufband Ball brauche ich nicht Das dauert auf jeden Fall ewig Bis wir ja die 250er vorne freigeschaltet haben Ich sag's dir ey Das dauert ja echt Jahre hier Sag mal So Evolven Wenn man das irgendwie anders holen kann Ne kann man nicht Man muss anscheinend die ganze Zeit laufen Das ist halt auch der Laufsimulator Weißt du? Ja Da musst du halt auch ein bisschen hin und her laufen Sei mal nicht ganz so hundidulig hier du Bin ich auch nicht Bin ich auch nicht Nein bist du nicht Bist du nicht Also wir müssen eigentlich auch mal wieder aufs Laufband rauf Ne Kann ich so sagen Doch das könnte ich merken Also wie viel kriegst du jetzt gerade hier? Wie viel kriegst du jetzt gerade Wenn du einmal rüber laufst 210 oder sowas ne? Genau Ich krieg 210 So Sehr gut So ich krieg jetzt hier auch gerade Boah Ich kaufe einfach Ich kaufe jetzt hier einfach für 300 Energie kaufe ich jetzt hier einfach die ganze Zeit Immer wieder Pets Weil weißt du was ich gesehen habe? Was denn? Du kannst evolvete Pets Also entwickelte Haustiere Kannst du auch nochmal zusammenführen Das heißt 5 goldene Ja aber da brauchst du ja wirklich 25 von denen Um gerade mal 5 Stück zu evolven Weißt du? It is what it is Okay Nein aber das dauert schon lange Das mach ich nicht Aber ich will jetzt hier erstmal den Hydranten glaube ich nochmal machen So komm einmal kaufe ich jetzt noch Ich habe auf jeden Fall meine 3 goldenen Sachen Ich bin darüber zufrieden Muss ich sagen Okay sehr gut Oh mein Gott Ich habe gerade so viel evolved Was? Okay Kann ich nochmal evolven? Oh ich brauche nur noch Ich brauche nur noch eine Sonne Und dann habe ich Die ganzen Sonnen kann ich dann nochmal zusammenfügen Ich habe 2 goldene Hydranten Okay pass auf Weißt du was ich jetzt mache? Ich mache das jetzt auch Ich brauche jetzt auch noch ein paar Packs Weil du das machst Alter ich sag dir Das ist es doch Du musst einfach die ganze Zeit kaufen 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 für deine Energie Ja Und dann kriegst du die ganze Zeit die Teile Welche Teile? Alter Ich habe alles Gold um mich herum Ja habe ich doch auch schon Ja ja aber ich meine Du kannst die ganze Zeit auch deine goldenen Noch mal zusammenfügen Deine ganzen goldenen Dinger Ja das dauert ja ewig Bis man es kann So ich jetzt hier Du bist aber 20 mal drauf Und dann hast du das schon fast Kann man auch noch anders kaufen? Anders geht es ja dann nicht Also du musst halt wirklich Was ist hier? Aufkaufdrücken einfach Okay hier sind Energie Dinge Du kannst einfach evolve all dann einfach machen Dann kriegst du direkt instant Einfach alle Fügt ihr dann zusammen sozusagen Ah ok das schmacht ganz gut Weil ich habe voll viel Energie jetzt hier gerade Was ich da gerade verschwende Ja ja ich weiß Ich brauche noch einmal eine Energiesonne Und dann also eine kombinierte Energie Und dann habe ich einfach Äh auch noch Habe ich fünf Kombinierte Energiesonnen Und die kombiniere ich dann Also das Beste eigentlich Evolve all Ja das war's Okay ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen Evolve all Und equip best Oh mein Gott Diamond Sonne Oh mein Gott Wie Und die kann ich sogar noch mal evolten Wie du hast eine Diamond Sonne jetzt? Alter Ja die ist blau Guck mal hier so eine Diamantensonne Und mich hier Waaas Alter Voll heftig alter Okay ich kaufe mir direkt noch mehr Alter ich bin kaufsüchtig hier Ich kaufe mir direkt noch mal mehr Dinger Kann man da nicht einfach mehr auf einmal kaufen Direkt mit seinem ganzen Geld? Nein nein das geht leider nicht Ich glaube du musst immer einzeln tippeln Aber ist ja nicht schlimm Geht ja auch schnell Ist ja nervig Ja man geht schon schnell Ist ja ehrlich Ist ja nervig Ich habe zwei goldene Treadmills Ah oh Zwei goldene Du brauchst fünf goldene Um die zum Diamantentreadmill zu machen Oh ich kriege doch schon ordentlich Energie jetzt hier gerade Also ich sag dir zwei goldene ist schon mal ziemlich heavy Das ist das beste was du haben kannst So ich glaube jetzt Pass auf jetzt habe ich so viel Energie Jetzt werde ich mal dahin gehen und dann komplett alles wegdenkst Und dann wirst du gleich sehen wie weit ich gekommen bin So ich habe jetzt hier 33 neue Pads Ich werde jetzt mal alle Evolven Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe auch eine Diamantensonne Ich habe nämlich einiges an Energie gesammelt in der Zwischenzeit Du hast 33 neue Pads Und hast du jetzt mittlerweile schon das Diamantenlaufband? Leider noch nicht Wieso hast du das oder was? Ich habe es auch noch nicht Aber ich dachte eigentlich du öffnest hier jetzt tausende Packs Und hast es dann endlich mal Ne habe ich halt nicht Aber anscheinend nicht Jetzt habe ich gerade eine goldene Sonne gezogen Ich habe eine goldene Sonne bekommen Du auch? Ja ich auch Alter richtig gut Und nochmal eine Okay ich kaufe einfach Komm ich gebe mein ganzes Geld hier aus Für diese Pads So 40 Pads habe ich am Start Ich evolve auch mal alle zusammen Und nochmal Wieso was? Ich habe einen Diamantenhydranten Ich habe ich auch Habe ich auch Was der ist ja richtig wild Und den kannst du sogar nochmal evolven Ja ja so pass auf Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Pads Ich habe jetzt goldene Treadmill und so Ich auch Ich gehe jetzt gerade 800 Energie Okay du kriegst 800 Energie Was? 800 Energie Das heißt Okay das ist natürlich richtig wild Muss ich nur so ein bisschen laufen Ich kriege gerade mal 300 Wie kriegst du denn 800 Energie? Tja Hä? Kannst mal sehen Obwohl ich hier schon so Diamanten Sachen um mich herum habe Ich auch Hast du deine Dinger überhaupt Hast du die überhaupt Okay ja okay passt Training Ja dann fang mal an zu trainieren Ich muss noch ein paar mehr Pads kaufen Weil ich habe einfach fast das Laufband in Treadmill in Diamant Fast Fast das Laufband in Diamant Weil ich gucke wie sieht es bei mir aus Ich brauche noch einmal Oh stimmt Ich muss auch eigentlich holen Ich habe es auch fast in Diamant Ja ja ich sage dir das ist auch nochmal richtig richtig wichtig Weil das ist einfach das Beste ist was du im Spiel haben kannst Sozusagen das Laufband in Diamant Okay okay Caspar Ich habe jetzt so viel Energie ausgegeben Ich auch ich auch ich auch Also ich drücke jetzt hier auf Evolve All Ja Und das bekomme ich Oh wenn du würdest dass ich habe Oh Gott Was hast du Oh Gott Das Gold Das Diamanten Laufband habe ich Hast du es auch Das habe ich auch Ich habe ein Diamanten Laufband Diamanten Hydrant Und goldenes Laufband habe ich an mir dran Okay ich habe jetzt ein Diamanten Laufband Ein Diamanten Hydrant Und ein Diamanten Ball Ja Eine Diamantensonne Alter Junge Junge Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht Kann ich jetzt schon die Schuhe hier nehmen Sehr sehr gut Weiß auch nicht genau Ja ich kann jetzt schon die Neonschuhe nehmen Ich nicht Ich nicht was Und dafür kriege ich jetzt Wie viel kriege ich da 2600 Energie Was Was Du bekommst du Energie Und ich bekomme gerade mal 380 Energie Wieso bekommst du so viel Energie Ich habe mir doppelt Energie gekauft Ha ha Deswegen Und ich wundere mich die ganze Zeit So und jetzt Du hast du schon 800 bekommen hast Lauf 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 Und ich habe jetzt den nächsten Bereich frei Caspar Das ist ja schön für dich So Ich habe gerade sogar 2 Neonschuhe an Gleichzeitig Ja Okay Was habe ich mir gekauft habe Doppelte Speed Habe ich auch Habe ich auch Alter Das ist ja alles gekauft Ja ich sag mal Und doppelte Geschwindigkeit auf dem Laufband Und Bada Bumeng Pau Alter du kaufst dir immer wieder alles hier man Da kaufst du sie einfach für Robux Schon wieder sein halbes Das machst du noch die ganze Zeit Ich habe das die letzten Spiele gar nicht mehr gemacht Und du machst es hier die ganze Zeit Ist so Ist so Natürlich Ich gehe jetzt erstmal dick laufen Ich gehe auch erstmal dick laufen Ich gehe jetzt über 700 Energie hier wenn ich hier rüberlaufe Ja 770 sehr gut Das ist eigentlich richtig wenig Alter das ist einfach nur assi dass du so redest Weißt du das Das ist richtig assi Hier nochmal Und okay okay Ich schweiß mich mal aufs Software drauf Ich brauche echt noch ein bisschen So und jetzt noch einmal rüber hier Ich brauche 250 Wir müssen ja ins nächste Level kommen langsam mal Genau da bin ich gerade schon Ach du bist schon im nächsten Level Ja ich kann hier mit so weißen Dripflops rüber Okay 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 Pass auf So dann gehe ich auch nochmal ins Level rein hier Oh ich kriege dann 12.000 Energie 12.000 Davon kannst du mir wohl was abgeben oder was Nee Und Oma hat die neue Haustiere dann Okay komm Ich kaufe mir einfach auch nochmal Energie hier so Und Genau komm mal rüber dann hier Ich komm mal rüber und Lauf hier mal ganz kurz die Sohle dicht Alter wie viel muss ich denn hier laufen Sag mal bis ich die 250 voll habe Extrem viel Oh mein Gott Ich muss noch mehr laufen Warte mal Ich muss hier nochmal ein bisschen hier Wo kann ich das denn kaufen Das mit dem doppelten Dings hier Auf dem Laufband Ich habe jetzt gerade 40.000 Energie Und jetzt kann ich die hier verlaufen Jo 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 Doppelter Speed Okay okay Sprint Aber kann ich jetzt schon die Schuhe nehmen Ja kann ich Sprint Jetzt auch endlich die Neon Schuhe So und was kriege ich Und bam Oh 1300 Energie Sehr schön Sehr gut Okay Okay ich habe jetzt hier gerade Ganz viel gemacht Alter das Ding ist es kostet Ein Tier hier Man kann eine Pyramide bekommen 5% die geschafft Was für eine Pyramide Ja ja hast du genau richtig gesehen So ich bin auch gleich drüben Blocks Ich muss hier noch einmal ganz kurz Die Neon Schuhe Da muss ich noch einmal ganz kurz Zu Ende laufen Ja alles gut Kaspar Alles gut Dann komme ich auch endlich mal rüber Alles gut Alles gut Ja ja hier die 4000 So die sind voll Ich kriege 24.000 hier So ich gehe mal aufs Laufband Meinst du das bringt Als wenn du mit Schuhen Aufs Laufband drauf gehst Mit den Schuhen Nein nein Ich glaube nicht Wollte eigentlich gar nicht So Okay 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 Alter jetzt geht hier das Geld Aber auch flöten Sag mal Ja ja Also wirklich Gerade mal 180 Schuhe habe ich Ich muss noch mehr laufen Einfach das ist einfach so Ich bin auch verfehlt am Laufen Ich habe gleich schon Bis gar 1300 Lauf Bist du denn auch schnell Oder dauert das noch bei dir Man ist halt Naja die Schuhe werden halt immer schwerer Also die Schuhe werden schwerer Ja okay stimmt Stimmt also das heißt Du kannst sozusagen Also bist du beim ersten Paar noch Oder irgendwie schon beim dritten oder vierten Ne ich bin schon beim dritten Was Dann geht das ja richtig schnell gleich Ne hier im nächsten Ja ja Geh hier nochmal rüber Wieder 4000 Energie Sag mal Also ich wirklich Da hast du dir echt nochmal mit Robux Ne hast du echt nochmal einen Vorteil gekauft Ist einfach so Nur so ein bisschen Ist einfach unfair Nein Ist einfach unfair Ne Natürlich Nein Das ist unfair Wenn du dir für Robux Irgendwie nochmal so Boosts kaufst Nein Natürlich Du kaufst dir hier irgendwelche Weißt du Das ist so Als würde ich mir irgendwelche Als würde ich mir gebraucht Irgendwelche Nike Schuhe kaufen Und du holst dir Weil du das Geld hast Irgendwie Richtig viele Neure Nikes Ich habe gerade eine Pyramide bekommen Kaspar Pyramide Als Haustier oder was Was bringt das Ja ich hatte eine 5%ige Chance gehabt Keine Ahnung Ich gucke jetzt Ich habe jetzt Oh ich kann sogar schon Meine Palme evolven Hier auch mal rüber Die bringt dann Wussten die jetzt 2,3 Dann habe ich die 10.000 Energie auch voll Dann sollte es eigentlich reichen Für 250 Schuhe Dann soll ich es eigentlich packen So Okay So 10.000 Energie sind voll Ich gehe wieder aufs Laufband drauf Brock So Sehr gut Mal gucken wie weit ich hier jetzt laufen kann Und So Hier kommt ein bisschen Ja Und hier vorne noch ein bisschen So Und ja 215 217 220 Oh 230 Ich brauche Oh mein Gott Das reicht nicht Ich brauche noch 15 Energie Oh ich laufe hier mit 2 ganz schweren Flipflops schon rum Das wird ganz heftig Kasper Bam 50.000 50.000 Energie oder was Mit einmal laufen Alter ich kriege hier gerade mal 1000 Du kriegst schon 50.000 Sag mal So Dann nehme ich dir mal das paar Schuhe mit So Jetzt sollte es auch gleich reichen So Ich gehe nochmal aufs Laufband Das sollte das letzte Mal sein Ich gucke mal Und So Rauf hier jetzt Und Und Immer noch da hinten bist Unglaublich Ja 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 Unglaublich So Und ich habe es auch geschafft So Reicht 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 Brock so Ich habe es freigeschaltet Ich komme rüber Komm her Kasper Komm her Ich komme Juhu Auch endlich mal nach einer halben Stunde Habe ich es endlich rüber geschafft Ne Da bist du ja Sehr schön Alter Das sieht auch cool aus hier Sag mal Sehr gut Oh ich habe jetzt ein Rebirth gemacht Nein Ich bin hier am Anfang Ja Rebirth halt Du bist ja wieder am Anfang Ja selbst schuld jetzt Also wirklich Selbst schuld Für 2500 hat man gerade diese Dings bekommen Selbst schuld Manu Mülkan wo bist du Wir müssen heute das Gottschwert bekommen Ich bin ersteckt Wie das Gottschwert Das Gottschwert Was machst du da Ich werde gerade ein bisschen stark hier Ich werde nämlich zu so einem richtig krassen Ninja Kämpfer Wie du sehen kannst Komm her Und ich kann direkt hier Oh mein Gott Alter ich kann direkt so einen richtig krassen neuen Klick ausrüsten Guck mal was hier ist Und ich habe auch ein paar Geschenke Okay Hier haben wir jetzt anscheinend ein Starterschwert Das Morgendämmerungsschwert Und Oh mein Gott Kann ich es bekommen Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's auch bekommen Und dadurch habe ich jetzt gerade 7,7 Das habe ich auch nie gesehen Einfach 7,7 Wins Wow 7,7 Wins Und jetzt habe ich einfach ein Schwert Mit dem ich so Dingsen kann Oder was Mülkan Okay warte mal Ich will jetzt hier das andere Schwert haben Ich ziehe es raus Oh das Das Harz Bainschwert Boah Ich hab's auch bekommen jetzt gerade Leute Ja wie krass Und jetzt Mülkan Habe ich sogar auch gerade Geschenke Ich sehe gerade Ich hab hier auf jeden Fall Geschenke Die ich beanspruchen kann 50 Wins 3000 Stärke Ein krasses OP Haustier Ich seh's gerade Oh mein Gott Okay warte mal Ich kann ja glaube ich hier jetzt Gegenstände Oh das sind meine Schwerter Ich glaube ich kann mir jetzt hier ein neues Haustier holen Hä Ich hab's zweimal bekommen Wie du hast zweimal bekommen Ich hab zwei Zongoku Du hast zwei Zongoku Warte mal ich spiel jetzt hier gerade Wo denn Alter was Okay Guck mal eine Stärke durch die Pads Ey das ist ja richtig krass Alter wie Stärke du direkt bekommst Das ist ja voll verrückt Ich mach direkt das nächste Schwert Guck mal ich kann jetzt auch hier direkt richtig viel Stärke bekommen Boom 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 Mal 15 kann ich mir jetzt auch schon holen Ausrüsten Alter das ist ja voll verrückt Und was für ein Schwert kann ich mir jetzt holen Ich kann mir jetzt theoretisch hier Das Kotetsu Schwert Ist das irgendwie so ein Anime Schwert oder was ist das Mökern Äh Kotetsu sieht aus wie so ein Anime Schwert ja Oh mein Gott das ist ja riesig Alter Okay warte mal Damit kann ich jetzt glaube ich weitere Klicks bekommen Oh ja guck dir's an Meine Stärke Leute die geht so hoch gerade Was Ich bin grad verwirrt Es gibt richtig viel Guck mal was es hier gibt Leon Komm mal mit Wo bist du wo bist du Was ist das hier Alter das sind die Hier können wir trainieren Ah Wie können wir mehr Klicks holen Ich hab schon das maximalste Und mal 15 Und ich glaube wir können auch hier Ah mit den Wins Können wir uns auch Eier holen Mit diesen Eiern Das sind Haustiere Okay warte mal ganz kurz Ich öffne jetzt hier ganz kurz Mal hier zack Selten Vanillecreme Und was jetzt Komm schon Oh Gemeinsam Die Haustiere rüste ich doch direkt aus hier So alle equipt Und jetzt hab ich noch mehr Stärke Und guck mal ich kann mir jetzt hier Das Excalibur Schwert glaube ich holen Bro wie viel Stärke ich auf einmal hab mit den neuen Pads Das ist krass Alter ich seh grad eine Stärke die ist ja voll krank Oh mein Gott ich hab da 5000 Ich hab grad 5000 Wins bekommen Und ich hab jetzt das Excalibur Schwert Ich auch Und guck mal Möker Wenn man 15.000 Siege hat Dann kann man hier die Flucht aus dem Schloss in die nächste Welt Okay das heißt Das müssen wir machen ne Ja Ich hol mir jetzt das Excalibur Schwert Jetzt noch 2 oder 3 mal Um 15.000 Siege zu haben Leute Ja man Und dann Können wir hier in die neue Welt reingehen Ey das ist ja voll verrückt dann Leute Was glaubst du Wer von uns beiden wird der bessere Schwertkämpfer Ich sag auf jeden Fall Werd ich der bessere Schwertkämpfer Ja okay das sehen wir dann Ich bin schon im nächsten Bereich hier Auf der Vulkan Map Ey Ja da bist du nämlich dann Alter was ist denn hier los Wie krass die aussehen Oh mein Gott Hier kann man echt extrem krasse Klicks bekommen Ey was Wie viel Stärke man jetzt hier direkt bekommt Leute Guck mal hier mal 45 und so sehe ich gerade Ich hab mal ein neues Schwert geholt Okay Ich hab hier ein neues Handwerk Wie Angelischer Außerirdischer Und damit kann man anscheinend Warte mal Ich krieg noch neue Levels und so Gegenstände Trails Man könnte auch wieder Trails bekommen Die kann man sich mit 7 kaufen Mal 135 habe ich jetzt Was Hier vorne bei mir Da Warte mal Ich hab einen neuen Trail Und eine Aura Kann man auch bekommen Und Ringe Bücher Medaillen Was Das kann man hier alles denn bekommen Leute Wo bist du Was hast du hier geholt Ich hab mir Da vorne bei Train Hier hab ich wieder Dings geholt Train hier Hab ich jetzt mal 135 Alter ich hab hier mal 90 gerade Ey das ist ja voll krass Okay ich glaube ich kann jetzt gleich mir Das erste neue Schwert holen Und zwar Alter wie kriegt man hier 120 Warte jetzt gleich 10 Millionen Jetzt das letzte Ding Mal 135 So ich schnapp mir jetzt hier das dunkle Schwert Leute Ich hab ein seltenes neues Pet bekommen Ehrlich als ob Ja Okay Ich hab das dunkle Schwert hier am Start Das ist dir eigentlich krass aus Und welches Eier hast du aufgemacht von denen Das ist ganz rechts Das sind 2 Millionen Alter wie viele Siege hast du denn Oh mein Schwert 1,4 Millionen Siege Oh mein Gott ich kann gleich Ah ich krieg gleich ein gerades OP-Ei In 35 Sekunden einfach Das Schwert Alter wie teuer das ist Wieso ist das so schwer Ist das so krass oder das Das letzte kostet 80 Milliarden Bro was Okay ich schnapp mir mal kurz zwei neue Eier So Selten Saphirdrache einfach Leute Einfach ein Saphirdrache Und Episch E-Drako Als ob Ich glaub die sind krass Aber es gibt hier auch wieder Robux-Eier Ne Leon Die sind verboten Jaja die kann ich mir theoretisch auch holen Wenn ich will Also erstmal drehe ich hier Also erstmal kann ich hier kurz Das Space Egg Beanspruchen Oh mein Gott Epischen Ausländer Das ist einfach ein Ausländer Wie Irgend so ein Alien oder so Hä wie cool Der ist besser als meins Oh mein Gott der hat 115 Und ich hab ein weiteres Geschenk Kann man hier handeln? Äh ich glaub man könnte hier bestimmt handeln Ne leider nicht Weil ich hätte Ich weiß nicht woher ich die hab Ich hab richtig krasse Pets ne Ehrlich? Ja ich will gar nicht sagen wie viel die geben Wieso? Sind die so krass oder was? Ja die geben mal 15.000 Alter was? Äh und wo hab ich die bekommen? Hä? Vielleicht aus dem 2 Millionen Dingens Aus dem 2 Millionen Wind Teil Irgendwie so Ich weiß gar nicht Okay das nächste Ding ist ein Löwenzahnschwert Dafür muss man 600 Millionen Stärke haben 100 Milliarden braucht man für den bösen Prinzen aus der anderen Welt Was ist hier? Mega Drache Eine Quintrillionen um den zu besiegen Hä? So ich hab jetzt schon 400 Millionen Ich schnapp mal ganz kurz das Magma Schwert Leute das hat nämlich ganz gute Wins mir gegeben So Magma Schwert hier kurz 100.000 Wins Leute was? Wo bist du? Ey das ist so verrückt Ich schnapp mal grad das Magma Schwert Ja ja das ist krass unterwegs Das ist krass 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 am Start So und jetzt hab ich 200.000 Wins Und ich kann mir jetzt hier Das 75.000er Ei holen mir kannst Oh Selten Weißt du ich wusste aber Dass ich der bessere Schwertkämpfer von uns beiden bin Und wie? Hm wie? Ja das wusste ich einfach Das ist ich bin einfach besser als du Oh mein Gott Was hast du jetzt grad gemacht? Wieso sagst du sagst du oh mein Gott? Ähm ähm Komm mein Schwert Was? Du hast das Nachtfallschwert? Oh irgendwie Ja Was? Du musst dir glaube ich auch so ein Ei holen Ey du hast dir die krassesten Haustiere einfach geschnappt Okay warte ich hab jetzt hier das Löwenzahnschwert Mit dem Löwenzahnschwert Leute Da hat keiner ne Chance ne? Okay das war schon ein bisschen schwieriger 500.000 Wins hab ich jetzt grad bekommen dafür Was? Okay ich glaub ich brauch ein bisschen Ein bisschen krassere Haustiere vielleicht Ich glaub daran liegt's Oder vielleicht Was passiert wenn man rebirtht? Ist alles weg? Du behältst deine Haustiere Trails in Level Ich mach es einfach Okay Man verliert nur die Stärke Das ist ja nichts Das ist ja gar nichts Hätte ich das vorher gewusst Ey was? Okay warte mal Dann muss ich hier nochmal Jetzt muss ich mir ein paar Ein paar Wins jetzt hier holen So guck mal Schön jetzt in die Wins reingehen Leute Weil jetzt wird's richtig crazy Zack 500.000 Wins Nochmal hier ran Ich hab's sogar gerade Alter komm schon jetzt hier Jetzt wird's richtig Jetzt geht's hier richtig rein Oh Nochmal krasse Wins bekommen Und hier nochmal rein jetzt Leute Und ich glaub dann Setz ich mal meine Stärke zurück Oder so kann das Ich glaub das wär schlau Dann krieg ich nämlich voll oft Reburfen Und krieg da durch Ich glaub man muss echt mit Rebirth machen Wir haben das die ganze Zeit nicht gemacht Okay ich hab wieder Geburt Oh mein Gott Hä? OP Coin Maschine Wir können Geschenk abholen Oh mein Gott ich rebirth die ganze Zeit gerade Lol ich hab gerade die ganze Zeit gerebirtht Wie? Welches Rebirth hast du? Oh mein Gott wie viel Stärke ich jetzt direkt bekomme Bro 115 Rebirth Ich weiß Jetzt brauche ich 1,2 Millionen Was meinst du jetzt gerade? Was muss man holen? Ey wir können euch Geschenk abholen Da ist ein Petman 800 Wo ist ein Petman? Boah stimmt Warte ich hab ein Ich hab ein OP Dominos Bitte sag der ist krass Für Best Ja Der bringt mal 200 Mein bestes Haustier einfach Und jetzt Alter guck mal wie schnell mal gerade meine Stärke steigt Aber kannst du das Geschenk noch nicht abholen? Ähm Welches Geschenk dann? Bei Free Gift rechts Äh Free Gift? Ja da Geschenke rechts Wo dieses Ding Wo du auch den Zongoku herbekommen hast Kostenlos In 3 Ah ne Erst in Dingens Den kann ich mir erst Oh Muss man 30 Minuten spielen hier Oha Das wäre krass Also ich den Der wäre richtig krass Na Aber guck mal Ich kann dir der Löwenzahn So Und Rebirthen Ist auch Dingens Das ist gar nicht Äh Das sind Wins Dann Rebirth mit der Wins Nicht mit der Stärke Ah Ne Das kostet euch nicht Ich auch nicht Deswegen meine ganzen Wins sind gerade leider verschwunden Ich wollte mir damit eigentlich Baustiere holen Hat aber nicht so geklappt Wie ich es mir vorgestellt habe Das hast du auch mir mit Absicht nicht gesagt Dass ich auch alles verliere Tja Das äh Berufsrisiko Ne So dann Ein paar Gegenstände Kann ich mir noch was cooles hier holen Eigentlich kann ich mir gerade nichts mehr cooles holen Leute Ich würde auf jeden Fall sagen Ich habe mir echt richtig krasses Schwert Am Start gehabt Leute Ey Möcker Du wirst auf jeden Fall im nächsten Spiel gar keine Chance haben Boah So Jetzt will ich richtig stark werden Ich werde zur Maschine Ich habe schon 60 mal diese Antelgardt hochgehoben Aber die ist auch Babygewicht Aber die ist auch Babygewicht Oh Gott Man kriegt doch die Geschenke Und wir haben Geschenke bekommen Oh stimmt Oh Papa geil Ein Tier sogar bekommen Heute werden wir auf jeden Fall die krassesten Muskelmänner der ganzen Welt Denn wir werden heute nämlich Armdrücken machen Ja ja Zef Zef Wir werden so krasse Maschinen werden heute Ich bin einfach mal gespannt gerade Ich will mal eine Größe Ah Oh mein Gott Jetzt habe ich eine größere Handel Jetzt kriege ich schon 2 die Sekunde Jetzt kriege ich den Mobber Ich habe schon 400 Stärke Warte ich muss gerade gegen den Mobber machen Ja Ich habe gewonnen gegen den Oh mein Gott Ich bin ein Noob Und los Oh mein Gott Der war nach einer Sekunde Downbro Der hat ja gar keinen Schock gehabt Jetzt habe ich gar keine Handel mehr Wo ist meine Handel Der zieht mich ab Ja klar Ich ziehe ihn ab Der Lehrer Boom Boom Ich bin abgezogen Boom Junge Ah ich habe den Lehrer abgezogen War aber übel schwer Du musst übel schnell drücken Ah Ich habe mich auch gedrückt Ich habe deine Mautziger Genau Ich habe dich auch gedrückt Oh Sehr sehr stark Sehr sehr stark Hast du den abgezogen? Fünf Siege habe ich bekommen Ja ich auch Ich auch Okay Sehr sehr stark Ich will aber noch stärker werden Wo ist meine Handel? Hier vorne kannst du dir die holen Wo kriege ich meine Handel wieder? Hier bei Bizeps Genau genau Da kannst du dir auf jeden Fall Eine neue auswählen Genau Und dann kannst du Und dann kannst du auch Eine krasse Maschine werden Also Ich nehme mir auch schon mal Drei Kilo Ich will mal einmal Gegen dich Wenn du Bock hast Ein Armdruckduell machen Sag ich soll Ich brauche Bizeps Power Ach da Achso Genau Es gibt verschiedene Also es gibt einmal die Handeln Dann gibt es einmal Das Laufband Das ist für Cardio Und es gibt dann einmal Bizeps Dafür brauchst du aber die langen Handel Da brauchst du dann 3000 Stärke für Damit du da ran kannst Boah Oh mein Gott Du kannst dir für Siege So Haustiere holen Ich hole mir hier oben eins Boah Okay Warte mal Ich hole Oh eine Katze gewöhnlich Ich brauche noch eins Oh ein Hund Ein Hund gewöhnlich Noch mal eine Katze gewöhnlich Komm jetzt bitte nicht die Katze Bro dreimal die Katze Unglaublich Warte ich brauche noch einen holen hier Wenn ich nochmal was holen kann Ich würde sagen Du kannst bei Autozug rechts Kannst du auswählen Dass der automatisch Bizeps Training macht Okay warte Oh mein Gott Hä was ist das denn Bizeps Lol Ich glaube ich kriege jetzt gerade Speed Hier auf dem Laufband Hast du gesehen Hier da kannst du Cardio trainieren Ah Und umso höher deine ganzen Werte sind Also Bizeps Handstärke und Cardio Umso krasser bist du dann später auch Weißt du Siehst du oben rechts das Glücksrad Ich glaube da können wir jetzt dran drehen Oh mein Gott Ich kann viermal dran drehen Okay ich kann auch viermal dran drehen Mal gucken Wir spinnen Komm schon Biest Biest Oh Siege Drei Wins Na ja Voll ein Boost Okay Was kriege als nächstes Oh Noch mal Siege Was ist das denn Luck Boost Okay komm schon Bitte Biest Oh ich kriege jetzt ja nur Siege Oh mein Gott Biest 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 Ein Win Biest bitte Biest Ich kriege nur Siege Ich habe zweimal einen Win bekommen Und zweimal drei Wins Bro Ich habe so goldenen Boost Ich will mal einmal Sehr stark Ich will mal einmal gegen dich Arm drücken machen Komm Komm mal ran hier Du bist doch viel stärker Du hast doppelt so viel Stärke Komm ran hier Nee Trau dich jetzt mal Wo sind denn meine Sachen Glück Hier Bei Pässe Ah nutzen Genau Genau So pass auf Jetzt lass mal hier Arm drücken gehen Komm Trau dich Du hast doppelt so viel Stärke Trau dich Du musst halt nur schnell klicken Du musst Du kannst auch schnell klicken Aber du hast doppelt so viel Stärke Oh mein Gott bro Oh mein Gott bro Ich komme zurück Ja, keine Chance Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was? Du ziehst mich ab Du ziehst mich ab ich glaube sich keine chance eine chance ich muss stärker werden keine chance gegen mich der lehrer hat keine chance ich muss noch zweimal den lehrer besiegen und dann kann ich mir noch die selten kann ich mir das seltenere ei holen ok und lehrer wieder besiegt noch einmal so gar keine chance der lehrer der ist das richtige mathe lehrer ich kann mich das seltene hier holen mal gucken und als ob aber was ist für eins fuchs ok das drittseltenste ok wir gehen weiter jetzt hier und zwar ich brauche jetzt mal krassere ach da kannst du die handstärke trainieren hier links lol ausrüsten lol oh mein gott stimmt ich werde richtig stark jetzt hier gerade das zählt sogar zu unserer gesamtstärke dazu ne ah stimmt hast recht so sehr gut ich kann mir eine neue handel holen 4000 oh mein gott oh mein gott ich weiß gar nicht was mehr bringt kardio griffstärke oder halt das andere ich glaube es ist alles quasi alles rein sagst du ja ok ok oh ich kann spinnen spinnen bitte beast bitte beast 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 hol ich mir das hier mal so ein win nur so was hast du dir geholt siege drei stück so ok das ist ja nicht so krass ich habe mir 10 spins geholt 10? euer spin ja für 150 robux ok ich habe mir auch 10 spins bro ich kriege aber nur müll raus jetzt will ich was gutes sehen hier ich will das beast haben ich frage mich was man noch kriegt ich habe was ektiges bro ich kriege 1 sieg die ganze zeit ich habe nur pech heute mit den glücksrädern was dann da los komm schon ah ein sieg spin ein trank immerhin time lucky boost immerhin das ist ja schon mal ganz gut 3 siege ok ja 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 was haben wir hier nochmal 3 siege nehmen wir mit so was haben wir noch noch mal 3 siege komm schon ich brauch ein bisschen mehr glück time lucky boost nehmen wir auch mit so nein das ist auf der Seite gelandet jaaaa das ist unglaublich ich dachte gerade komm schon spin beast jetzt bitte ich brauch dich beast ich brauch dich auch alter ich glaube da kannst du direkt gegen den champion kämpfen ja ja hey was das denn bro noch 2 mal hab ich nur noch ich hab noch 4 stück und oh alter war das knapp ist das hier time golden boost prank nicht so richtig safe safe wie konnte man das aktivieren den pass hier vorne irgendwo oder was nutzen ah 3 siege bekommen wir wow 30 siege 30 siege hast du bekommen krass und letzter spin komm schon beast bitte beast 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 ich hol mir glaube ich ja ich mal gegen den lehrer kämpfen ich will jetzt mal gegen den gegen die fitnessratte kämpfen mal gucken kann ich den schon schlagen ja ich hab meinen hund nicht bekommen oh mein gott der ist stark bro der ist ja anders stark so ich hab keine chance gegen den ok dann muss ich den lehrer abziehen hüsch gewöhnlich guck mal wie der schnelle lehrer jetzt down ist zack der lehrer hat keine chance bro easy so wollen wir jetzt gegeneinander machen wollen wir gegeneinander wie viel stärker hast du ich hab 4.100 und du tja 7.000 bro wie sagst du so viel ich hab die ganze zeit weiter gemacht das verliere ich kann dir schon sagen ja ich hab aufgehauen eben und oh mein gott rauf oh nicht so schnell oh oh bro du hast hast du so eine krasse langen klein start naja nix krass ich glaube ich muss auch ein bisschen laufen wo ich hab warte ich kann auch neues haustier mir holen neues haustier bitte glück jetzt fuchs episch so weiter gehts hier und bam lehrer besiegt sehr gut hier komm schon komm schon hier auch nochmal und alter der fuchs ist ja richtig krass zack ich muss ihn noch einmal besiegen weil dann habe ich nämlich was gesehen was du für 25 siege dir kaufen kannst ne und was denn was verrat ich dir nicht so ich hab was zack uuuuh ok 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 interessant so jetzt hab ich 300 uuuuu Uuu using защitig zu plu ich weiß gar nicht weiter drei das die du ja oben. Sonst kriegst du 30. Naja, also ich krieg 30, ne? Also oben siehst du ja die Zahl höher gehen. Hä? Bist du ja wie auf 0? Ich hab 5. Ich hab 5. Unten steht bei mir 5, aber ich krieg aber eigentlich 30. Achso, du gedingst. Oh mein Gott. Ja, man kann reversen. Für 25 Pokale kannst du reversen. Und dann geht's auch direkt doppelt so schnell, hab ich das Gefühl. So, jetzt kann ich gleich schon gegen den Lehrer kämpfen. Okay, ich kann mal das jetzt hier gegen den Lehrer nochmal Kämpfer. Ja, traust du dich schon gegen den Mafia Boss zu kämpfen oder gegen die Fitnessratte? Nein. Obwohl, ich trau mich mal. Fitnessratte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wie sieht's aus? Fitnessratte war ja easy. Was? Ja. Hab ich nicht, hab ich nicht gekriegt eben. Was krieg ich noch? Kann ich irgendwas mal anspringen? Easy. 30 Siege. Oh mein Gott. Alter, wieso viele Siegen jetzt krass? Ich will dieses 125er Ei haben. Mal gucken. Jaja, das wär krass. Das wär sehr, sehr krass. Alter, ich würd' ich nur klicken die ganze Zeit, Alter. So laut. Autocamp. Mal gucken, ob ich PC benutzen. Wie geht denn auf den Dingens? Mafia Boss? Ein bisschen noch so. So. Boah, voll verloren. Voll verloren. So. Okay, ich hab jetzt Glück Siege, um mir das krassste Ei zu holen hier an die zwei krasseste. Oh mein Gott, ja. Na ja, geht schon besser, ne. Geht schon besser, sag ich nur so. So, den Lehrer mal ganz kurz abziehen. Zack. Fünf Siege. Bäm. Hier. Fitnessprofi kann ich auch schon abziehen? Ja, könnte ich glaub ich auch schon abziehen. So. Ich wollte die Katze. Ne, der zieh mich ab, der Fitnessprofi, Bro. Keine Chance gegen den. Das kann ich hier. Die kann ich jetzt Handwerk in Wurst. Oh. Ey, aber wieso macht das so langsam? Ist ja voll schwach, oder? Das ist eine 11.000 Stärke sehe ich gerade. Ja, ja. Du hast auch schon der 4.000. Ja, Rebirth war schon ganz gut eigentlich. So, machen wir mal hier weiter. Was soll ich schneller, wenn man das mit der... Wenn man die kleinen nimmt, ne? Glaub ich? Genau. Glaub ich auch. Ja, ja, safe, safe, safe. Also ich muss schon sagen, wir sind auf jeden Fall zur richtigen Maschine geworden, aber mal gucken, wo das noch hingeht. Ja, bin ich auch gespannt. Wir werden endlich unseren eigenen Drachen züchten. Guck mal, ist hier noch in dem kleinen Ei da drin. Oh nein. Nein. Und der ist gerade noch Level 1. Und ich glaube, wenn er höher levit, Leute, wird daraus nachher ein Drachen schlüpfen. Und mit diesem Drachen können wir hier nachher irgendwo, da ganz oben, auf eine neue Insel rauf, Leute. Es wird heute richtig, richtig, richtig helfen. Deswegen lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Und dreht ganz kurz mal euer Handy. Drückt mal auf die Glocke. Der wird nämlich kein Video mehr verpassen. Der kommt nämlich tätig, Roblox-Folgen. Extra für dich. Und ich sehe gerade schon das rote Hausfotos. Sogar schon genommen. Auch Manu, Alter. Jetzt muss ich hier das Lila in der Haus nehmen. Oder das... Gut, ich nehme das Lila in der Haus. Komm, ist auch nicht so schlimm, Freunde. So, hier sind wir anscheinend auch noch... Warte mal. Kann ich die angreifen? So, Schleim. Uah. 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 Oh, die greifen mich auch an, Leute. Uah. Bats. Bats und Bats. Ach, guck mal, die schreibt Hallo. Ja, hallo. So, den Schleim haben wir schon mal geholt. Gut, ich schnappe jetzt mal ganz kurz hier das Lila in der Haus, Leute. So, kann man schon sehen. Unser Drache verfolgt uns auf jeden Fall auch die ganze Zeit. Und jetzt kann ich hier einmal ganz kurz, zack, so ein Ding hier hinbauen. Und dann schon mal unseren ersten Dropper auch für 0 Dollar, Freunde. Und Alter, sieht der Dropper hier cool aus. So, ich kann jetzt hier nochmal ganz kurz einen Upgrade auch gleich kaufen für 90 Dollar. Gut, dann muss ich ganz kurz hier, zack, schnappe ich mir hier, boop, 30 Dollar. Und dann brauche ich nochmal ganz kurz, äh, 20 Dollar, bitte. Ach, guck mal, das wird jetzt da quasi gesammelt, ne? Okay, und dann kriege ich da 20 Dollar. Und dann kann ich die quasi nehmen für einen Upgrader, der jetzt wahrscheinlich hier hin gemacht wird, genau. Damit diese Teile hier, ich weiß gar nicht, was soll das sein? Oh, guck mal, hier arbeiten einfach kleine Drachen für uns. Guckt euch das mal an. Hier sind kleine, guck mal, der, der, der macht die ganze Zeit Feuer. Ach so, ey, wie cool ist das denn? Das ist ja so cool, Leute. Und, ähm, ich würde sagen, wir schnappen uns mal ganz kurz hier das Geld. Und dann holen wir uns mal, ähm, erstmal hier so einen kleinen Pillar, Leute. Das bedeutet, wir haben jetzt hier so einen, ähm, so einen riesen, ah, wie nennt man das jetzt hier? So eine Säule, Freunde. Ich weiß auch nicht, warum mir das gerade nicht eingefallen ist. Aber wir können jetzt hier schon mal, zack, seht ihr das schon, direkt den nächsten Upgrader kaufen. Und zwar den zweiten. Und dann kommt hier jetzt schon wieder ein neuer, ein neuer Drache. Und der macht jetzt quasi, der gießt jetzt hier nochmal die ganzen Sachen. Und dann werden sie quasi nachher wieder mehr wert. Und, oh, ich kann mal einen dritten Upgrader kaufen, aber für Robux. Komm, Leute, wir machen das jetzt mal ganz kurz, kostet 100 Robux. Und das wird dann quasi zu einem goldenen gemacht, wie man sehen kann, Leute. Dann werden die quasi jetzt Gold. Guck mal, pass auf hier. Und dann am Ende ist dann nachher Gold und nochmal fünf Mehrwert. Das ist ja richtig, richtig cool. So, ich kann jetzt hier nochmal ganz kurz, zack, und wir das Neues holen. Und dann auch schon so einen roten Teppich oder so, Leute. Aber ich muss sagen, das dauert mir alles ein bisschen zu lange, Freunde. Ich gehe jetzt in den Shop rein und kaufe mir doch mal... Oh, man kann sich ja auch so ein Starterpaket holen mit 6000 Gold, ne? Oder, Leute, ich schnappe mir... Oh, doch, pass auf. Ich schnappe mal ganz kurz mal das Starterpaket. Ich muss sagen, das ist schon ganz cool hier. Starterpaket für 299 Robux. Um mal auszutesten, ob das Starterpaket gut ist. Jetzt habe ich das blaue Schwert hier bekommen. Und zack, okay, das sieht aber nicht aus wie ein blaues Schwert. Ich glaube, ich muss dafür ganz kurz in mein Inventar hier gehen, oder? Zack, und hier ist das blaue Schwert. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz equipen, Leute. Und ich habe ja auch noch 6000 Gold bekommen, ne? Die Frage ist jetzt gerade, was kann ich mit meinem Gold machen? Wo ist es jetzt hier... Das sollten 6000 Gold sein. Und ich glaube, ich kann jetzt hier irgendwo... Ja, keine Ahnung, Freunde, wie ich jetzt hier am besten an Gold komme. Gut, vielleicht war das ja doch einfach nur ganz normal die Münzen. Aber ich kann jetzt schon mal ein bisschen was hier erweitern, glaube ich, ne? Ja, genau, ich kann mir schon mal so eine Wand kaufen, Leute. Oh yeah! Sieht die Wand nicht cool aus. Ein paar Fensterscheiben kann man auch noch machen. Draußen können wir nochmal so eine kleine Teleporter-Basis bauen. Und nochmal so einen Teleporter-Boden. Wo wir dann quasi... Oh Gott, Leute, hier kann man ja richtig, richtig krasse Sachen machen. Hier nochmal eine kleine Tür da hinten bauen. Wir brauchen so eine kleine, coole Tür dazu haben. Und dann können wir auch schon mal hier nochmal so ein paar Regale hinbauen, Freunde, für 80 Dollar. Und nochmal ein paar Lichter für die Regale. Und, äh... Gut, hier, der Rest ist natürlich alles Optik. Aber ich möchte mal ganz kurz gucken, was dieses Schwert dann noch so drauf hat. Weil jetzt habe ich ja dieses blaue Schwert. Und jetzt habe ich, glaube ich, diese Schleimdinger. Doch richtig, richtig gut. Bats! Boom! Boom! Und zack, Leute, haben wir das Schleimding. Ey, will die mich hauen? Ne. Und... Ach, die hat sogar schon... Ey, die hat schon einen Drachen. Ich will auch einen Drachen haben. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier auf die Schleimdinger weiter raufgehe, zack, seht ihr das schon, Leute? Bam! Bam! Dafür kriegen wir jedes Mal ein bisschen Geld. Ich weiß auch... Warte mal, wie viel kriegen wir jetzt dafür? Ich habe jetzt gerade 916. Kriege ich quasi... Ihr seht hier unten. Level. Und Level sind natürlich, ähm, richtig, richtig cool. Und, äh... Bam! So, ich bin jetzt Level 2, Freunde. Und, äh... Level 2 ist mein... Mein Drachen ist immer noch Level 1. Okay. Mein Drachen. Dann kommt das jetzt mal einen kleinen Drache hier. Den kann ich auch ein bisschen... Gut. Der ist noch nicht geboren so richtig, ne? Aber ich kann jetzt hier schon mal ein bisschen weitermachen. Und zwar würde ich mal hier in die, ähm... Was ist das jetzt hier, Leute? Das hier würde ich mal wissen. 150 Dollar kostet das. Und das ist jetzt, glaube ich, Teleporter-Gate. Okay. Und Teleporter mal ganz gut kaufen. Für 300 Dollar. Und dann können wir... Was? Wir können jetzt... Oh! Wo bin ich jetzt hier? Hä? Ich bin jetzt einfach... Oha! Ich kann mir jetzt hier so Sachen kaufen, Leute. Der Drachentempel? Oder andere... Oh mein Gott! Hier sind ja noch größere Tiere. Guck mal hier! Huah! Huah! Batz! Batz! Batz, Leute! Und zack! Und dafür kriegen wir jetzt sogar 60 Dollar. Das ist ja richtig, richtig cool. Hier. Hauen wir ein bisschen weiter rauf hier. Zack, zack, zack! Und zack! Okay, sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen... Ich glaube, wir können hier nochmal ein bisschen weiter gehen, ne? Und jetzt haben wir hier auch noch so eine Teile. So eine kleinen Blumen. Ehh! Huah! 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 Ehh! Ah, die greifen mich aber auch an, ne? Also die machen auch ein bisschen Schaden. So! Und dafür kriegen wir jetzt sogar 110 Dollar. Ist auch nicht schlecht, ne? Und mein Drache ist schon Level 2 geworden. Hä? Ich frage mich nur gerade. Wie kann ich meinen Drachen jetzt, ähm, zum Schlüpfen bringen? Muss ich da jetzt hier? Kann ich jetzt auch noch hier hingehen? Ah, guck mal. Hier kannst du ja noch so interpretieren. Ah! Und hier ist der Level 10. Das heißt, so kann man dann auch quasi weitermachen. Gut, pass auf. Ich gehe nochmal ganz kurz nach Hause. Und werde mir jetzt nochmal ein paar richtig, richtig coole Sachen für mein Zuhause kaufen. Guck mal, weil das zum Beispiel noch, also da kann man noch nicht durch. Wir können hier noch nicht durch. Also man kann es jetzt nur durch dieses, nur hin, nur hier hin. Gut schon mal zu wissen. So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Waffenshop kaufen. Uh, Leute. Uh, und das Drachenschwert kann ich mir auch holen. Oh, da pass auf, warte mal. So einen kleinen Tisch. Da sind noch meine kleinen Drachen, die hier so ein bisschen chillen. Und ich kann mir noch einen Dropper kaufen für 440 Dollar, Leute. Yeah! Noch einen weiteren Dropper. Und, uh, einen super Dropper für 100 Robux. Gut, da kann ich nicht Nein sagen, Freunde. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz. So, super Dropper sind wir auf jeden Fall am Start. Geld schnappen wir uns auf jeden Fall auch schon wieder hier. Also 800 Dollar haben wir jetzt auf jeden Fall noch. Dann ruhe ich mir nochmal ganz kurz den Upgrader Nummer 4. Und Upgrader Nummer 5, ja. Und Upgrader Nummer 6 kostet auch schon wieder Robux. Das kann nicht angehen, Leute. So, ich möchte jetzt aber nochmal ganz kurz hier das Drachenschwert kaufen. Ich möchte mal wissen, was dieses Drachenschwert so bringt. Okay, also jetzt habe ich müsste es ja glaube ich hier... Oh, verdammt, Freunde. Jetzt habe ich mir ein Schwert gekauft, das schlechter ist. Aber, ah, ich kann auch meine Schwerte upgraden. Da seht ihr hier für 4.000 Dollar. Und, ähm, kann ich noch irgendwas mit dem Inventaten? Ne, okay. Also ich kann das Ganze wieder equippen. So, jetzt habe ich wieder mein cooles Schwert hier am Start. Und, ähm, ich glaube ich muss quasi noch mehr hier in dem Haus bauen. Weil dadurch wird dann quasi mein, mein Drache erst richtig groß. So, hier kriege ich übrigens schon mal ein bisschen mehr Geld. Und dann würde ich mal sagen, kaufe ich mal ganz kurz hier die Altarbasis. Und dann kann ich... Ich kann meinen Drachen... Oh mein Gott, guck mal hier. Den kann ich entwickeln. Und, wow, Leute. Jetzt kommt da mein Drache raus. Jetzt kommt da mein Drache raus. Oh, das ist mein Drache. Der sieht ja voll klein aus, Leute. Guck mal hier. Wir haben jetzt einen neuen Drachen bekommen. Guck mal, ja. Level 2. Hey. Wie cool ist das denn, Leute? Wir haben jetzt einfach einen eigenen Drachen bekommen. Ich kann jetzt mal ganz kurz hier so eine Farm kaufen, ne? Oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Doch. Eine Farmtür. Und dann kann ich mir noch so eine Farmstraße bauen. Gut, okay. Mehr kann ich mir grad immer noch nicht leisten. Jetzt will ich mal ganz was wissen. Weil er mein Drache jetzt Level 2 ist. Kann ich mit dem immer was machen? Ich kann jetzt hier... Ihr seht ihr schon. Ihr kriegt XP-Name. Gut. Den kann ich auf jeden Fall noch kustomisieren. Hier seht ihr, Leute. Kann ich den Drachen quasi anders aussehen lassen? Okay. Das mache ich jetzt aber natürlich nicht. Der gefällt mir eigentlich von der Farbe. So muss ich sagen. Und Namen. Könnt ihr ja mal gerne einfach in die Kommentare schreiben, Leute. Wie wir den Drachen nennen sollen. So hier. Zack. Bam. Okay. Die kriegen wir schon mal mit 3 Schlägen kaputt. Finde ich sehr gut, Leute. Zack. Bam. Kriegen wir jedes Mal wieder ein bisschen Geld. So hier. Haben wir auch nochmal ganz kurz kaputt. Und... Zack. Ja. Sehr gut. Und nochmal einen habe ich. Ich bin hier sogar schon Level 3, Freunde. Huah. Huah. Und... Huah. Okay. Level ab, Leute. Wir sind jetzt Level 3 geworden. Und mit Level 3... Huah. Guck mal. Ich kann mich auch mal nach Hause teleportieren. Ha. Wie cool ist das denn? So. Level 3 bin ich jetzt. Und ich glaube ich kann jetzt hier... Genau. Wir müssen hier vorne einmal so eine Farm Säulen holen. Und dann noch einmal ganz kurz Farm Lichter. Und dann nochmal die Farm Straße sozusagen. Und dann das Karottenfeld. Okay. Das heißt wir haben jetzt hier so ein kleines Klick. Huah. Dann wachsen jetzt hier Karotten oder was? Hä. Wie cool ist das denn? Und hier ist noch eine Riesenkarotte die ich mir holen kann. Oder noch so ein paar andere Sachen. Ist auf jeden Fall auch sehr sehr cool gemacht. Na. Ich würde mal sagen. Ich werde mal... Mir nochmal einen Upgrader Nummer 6 kaufen, Leute. So. Hier vor 150 Robux. Und dann nochmal ganz kurz einen super Upgrader. Für 150. Oh Gott, Leute. Okay. Das hat mir auf jeden Fall echt gefühlt alles hier geholt, was man sich holen kann. Na. Das ist schon ähm... Sehr sehr viel Geld, was ich hier ausgegeben habe. Muss ich schon ehrlicherweise sagen. So. Ich hole mal ganz kurz das gute Schwert hier. The Great Sword. The Sword. Okay. Oder irgendwie sowas. Und jetzt kann ich mir... Gut. Das will ich natürlich jetzt nicht equippen, sondern ich will mir natürlich das jetzt hier behalten. So. Und jetzt kann ich glaube ich, wenn ich jetzt hier... Oh ja. Und ich kann doch hier sehe ich gerade auch noch ein bisschen Geld kaufen. Ne. Ah. Das sind jetzt... Ah. Gold. Das sind die Goldmünzen. Ah. Okay, Leute. Ich verstehe. 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 So. Wir können jetzt glaube ich hier beim Teleporter... Ähm. Können wir glaube ich nochmal hier in den Forest Hub gehen. Das heißt, hier haben wir jetzt einmal ganz kurz wieder diese richtig, richtig coolen Tiere hier. Die wir auch nochmal... Uah. 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 Bam. Bam. Und bam, Freunde. Dafür kriegen wir immer jedes Mal richtig, richtig viel Geld. Musst die natürlich erstmal nur die ganze Zeit immer zerhauen. Und dann nochmal ganz kurz den hier. Zack. Äh. Zack. Zack. Und zack. Und ach guck mal, mein Drache beißt da quasi mit drauf, ne? Ist auch echt cool zu sehen. So. Dann Drache, kommst du mit? Wir gehen wieder nach Hause. Uah. So. Wir sind wieder zu Hause, Freunde. 1200 Dollar haben wir gerade schon angesammelt. Äh. Muss ich sagen. Das ist jetzt meine Farm. Haha. Sehr gut. Dann kann ich mir hier vorne... Warte mal. Kann ich die Karotten jetzt ernten? Lol. Ich kann hier Karotten anbauen. Und ich sehe jetzt nochmal eine riesen Karotte, Freunde. Guck mal hier. Boop. Das wird jetzt eine riesen Karotte. Und ich kann mir so einen kleinen Drachen kaufen, der hier für mich farmt. Das ist ja... Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal. Wie der aussieht. Hä. Der gießt ja auch die ganzen Oak. Und dann kriegen wir jedes Mal das Geld. Wir kriegen sogar voll schnell Geld. Und dann gucken wir wie die Karotte hier wächst und so. So. Dann können wir doch einmal ganz kurz hier so ein Weizenfeld hin machen. Dann können wir auch nochmal drauf klicken. Und dann nochmal so ein goldenes Weizen hier hin machen. Und dann müssen wir uns nochmal so einen Drachen kaufen. Oh man Leute. Ich hab ja... Ich hab gleich keine Robux mehr. Ich hab jetzt meine ganzen Robux ausgegeben. So hier nochmal ganz kurz so eine kleine Dinger hier holen. Nochmal einen goldenen Apfel. Oh Leute. Ich hab gleich keine Robux mehr. Aber ich brauch da unbedingt jetzt... Ich will den goldenen Apfel haben. So hier. Okay. Und gut. Den Drachen dafür kann ich mir leider noch nicht holen. Ich kann mir jetzt aber schon mal hier nochmal so ein Körnerfeld kaufen. Und klicken wir nochmal ganz kurz wieder rauf. Und jetzt kann ich mir auch noch hier so eine kleine Farmbox auch noch holen. Dass wir nur noch so kleine Boxen haben. Ich muss nochmal ganz kurz hier reingehen. So und dann kann ich mir wieder zack wieder ein bisschen mehr Geld schnappen. Hier kann ich mir grad nichts mehr kaufen. Aber ich kann mir jetzt hier wieder ein paar neue coole Sachen kaufen. Erstmal kann ich mir jetzt hier die goldenen Apfel gehören Leute. Was auch sehr sehr cool ist. Und ich kann mir jetzt mal die goldene ähm das goldene Dings holen hier. So ich muss einmal ganz kurz klick. Warte. So äh 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 klick. So jetzt krieg ich auf jeden Fall wieder Geld dafür. Und kann ich mir nochmal hier so ein Kürbisfeld kaufen. Was auch sehr cool ist. Kann ich auch wieder drauf klicken Freunde. Und kann jetzt zum Beispiel auch hier erstmal wieder was hin machen. Und dann sollte er auf jeden Fall auch gleich hier so ein goldenes. Oh jetzt hab ich mir noch ein paar Wände gekauft. Das wollte ich gar nicht. Aber auch hier kann ich mir noch ein Apfel kaufen. Okay auch sehr gut. Und nochmal ganz kurz klicken. Und ich muss mir für jedes Ding einen eigenen Drachen kaufen. Ist schon echt teuer Freunde. Aber man kriegt dadurch immer ganz schön gut Geld. Muss ich es ehrlicherweise sagen. Hier kann ich mir jetzt so einen riesen Kürbis wieder holen. Den fange ich auch ganz kurz wieder rein. Jetzt kann ich glaube ich. Ja ich habe jetzt auf jeden Fall hier draußen. Oh ich kann schon wieder ernten. Ey da braucht man auf jeden Fall immer diese Drachen ne. Damit man ja richtig viel Geld bekommt. Und hier wieder goldene Apfel Leute. Ihr wisst Bescheid. Kann ich auch wieder hier klicken. Kann ich auch wieder ranklicken. So. Damit die auf jeden Fall auch wieder wachsen. Jetzt kann ich mir hier drin eine zweite Etage kaufen Leute. Wie man schon sehen kann. Für 1000 Dollar. Und nochmal ganz kurz so eine Lichter. Und nochmal eine Leiter für die zweite Etage. So. Sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Und nochmal ein bisschen mehr Geld sehe ich auch gerade. Ja und dann kann ich mir sogar noch so einen Teleporter. Für die erste und zweite Etage kaufen. Und ich kann man draußen glaube ich schon wieder ein paar. Genau hier ernten. Ernten. Klick. Klick. Kann ich. Warte. Genau. Klicken. So. Kann ich hier wieder ernten. Warte. Ernten. 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 Klick. 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 Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet. Das bedeutet. Wir haben heute. Wir haben heute. erstmal ganz kurz, das ist schon, schon ordentlich aber, ich möchte auf jeden Fall mal dass wir heute richtig, richtig große Haare bekommen weil das Ding ist, wir können auch wieder bis ganz nach oben gehen, das ist quasi so ähnlich wie der Gehirnsimulator, das Ding ist, ich muss jetzt eigentlich mal ganz kurz gucken, wie ich jetzt hier am besten an Geld komme, ich muss ja erstmal mein ganzes Zeug verkaufen, das heißt hier Leute, haben wir ganz kurz mal schon mal verkauft in der Shampoo, aber jetzt können wir auch schon direkt wieder ein bisschen mehr Shampoo kaufen und zwar können wir jetzt hier einmal ganz kurz, das ist Basisshampoo, das haben wir jetzt ja gerade schon, aber wir können jetzt hier zum Beispiel das Shampoo kaufen, das ist Orange oder das Grüne, ich würde sagen, wir kaufen mal ganz kurz das Orange, jetzt können wir direkt schon jedes Mal 5 Stück statt irgendwie 3 oder 2 waren das glaube ich, das bedeutet, dass wenn wir jetzt hier Sachen verkaufen, kriegen wir schon viel, viel mehr Geld Leute, das Ding ist, je mehr quasi, oh Gott, unser Afro sieht jetzt quasi von der Farbe her anders aus, weil wir ja quasi noch ein anderes Shampoo haben, achso, okay, pass auf, dann machen wir jetzt mal ganz kurz so, wir kaufen jetzt mal hier das grüne Shampoo, dann kriegen wir jetzt nämlich jedes Mal 10 Stück und können jetzt hier mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt hier uns die ganze Zeit ein bisschen was reinhauen in unseren Kopf, äh, ob wir denn jetzt, genau, wir können jetzt hier nämlich auch ein bisschen höher dann automatisch springen, so, deswegen, ich gucke jetzt mal ganz kurz, so, ich kann auf jeden Fall, na, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, ich brauche leider noch ein bisschen mehr, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Inseln, hier sind noch die Shops, wir können noch zum Beispiel ganz kurz unsere Haare Evolven, das bedeutet, oh, das ist dann, äh, unendlich, glaube ich, ne, okay, aber da müssen wir ja, glaube ich, gerade nichts machen, das haben wir ja, glaube ich, schon gemacht, so, ich würde sagen, Leute, ich mache es jetzt mal ganz kurz so, ich verkaufe jetzt hier mal ganz kurz wieder mein Zeugs, so, und dann habe ich jetzt direkt schon mal wieder anscheinend was Neues bekommen, ich kann jetzt hier nämlich einmal das gelbe Shampoo kaufen, oh, dafür brauche ich aber 500 Coins, ich würde mal sagen, Freunde, wir kaufen jetzt mal ganz kurz ein paar Coins, ich würde sagen, hier, so 7500, so, und dann, äh, haben wir schon mal ein bisschen, äh, Startkapital schon mal, ich würde mal sagen, hier, kaufen wir jetzt schon mal, äh, aber ich würde sagen, hier einmal ganz kurz das gelbe, dann das rote, und dann sparen wir jetzt mal ganz kurz auf das blaue, und Leute, guck mal, wie das aussieht, ey, das sieht ja so verrückt aus, wir haben jetzt endlich mal einen roten Kopf, Leute, so wie ich das quasi auch haben möchte, und irgendwie kriegen wir auch jedes Mal so ein paar neue Sachen, glaube ich, dazu, ne, so, hier, ja, so, einmal hinspringen, okay, ey, wie unser Kopf einfach aussieht, ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen mehr Pads, kann das angehen, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Haustiere, und diese Haustiere kriegt man auf jeden Fall da hinten, und das wäre, die wir jetzt, äh, auf jeden Fall direkt mal jetzt holen, hier, die Haustiere, aus dem Weg jetzt hier, und zwar kosten die jetzt anscheinend gerade 1000 Münzen, ja, komm, ich hole mal ganz kurz dreimal Haustiere, und zwar einmal, äh, kaufen, und mal gucken, was haben wir drin, Leute, was haben wir drin, was haben wir drin, was haben wir drin, was haben wir drin, wir haben jetzt hier, oh, ein Foxy, okay, was ist jetzt das noch hier, ich kann mir jetzt nochmal ein weiteres Haustier kaufen, ich kaufe jetzt mal drei Stück, okay, also noch zwei, beziehungsweise nach dem noch eins, und diesmal haben wir jetzt, äh, ein Kitty, okay, und dann nochmal, als letztes Haustier, bin ich jetzt mal gespannt, hier, was haben wir jetzt gleich am Start, oh, Leute, ich bin gespannt, ich bin gespannt, und, oh, ein Bunny, okay, naja, die sehen jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nicht so heftig aus, ne, wir gucken jetzt mal ganz kurz, was bringen die so, Foxy bringen das 1,3 mehr, Bunny so wenig, und Kitty auch nur so wenig, ja, also ich glaube, die waren das nicht so besonders gut, Freunde, aber nicht so schlimm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz wieder unsere Frise verkaufen, weil dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld, und das ist schon mal sehr, sehr wichtig, und ich glaube, hier vorne hat mir, glaube ich, gerade nochmal, äh, oh, Leute, guck mal, wir können hier einen Spin machen, okay, komm, ich mach jetzt mal ganz kurz einen Spin, und es dreht sich, mal gucken, was wir bekommen, Leute, doppelten Coinboost für fünf Minuten, oh mein Gott, Leute, das ist voll gut, wir haben jetzt doppelten Coinboost, wenn wir Sachen verkaufen, hier kriegen wir zum Beispiel auch nochmal ganz kurz, was, 13.000 Coins, achso, äh, wenn man in die Gruppe hier reingeht, achso, ja gut, okay, das wollen wir natürlich nicht, aber, ich kriege jetzt gerade einfach mal doppelte Coins, und, oha, ich kriege jetzt mal auch voll viel Coins, ne, guck mal jetzt hier, zack, Leute, oh, ich trägt 18.000, okay, das ist schon mal sehr, sehr cool, ich glaube, wir können es jetzt mal so machen, äh, ich kaufe jetzt mal hier das Shampoo für 10.000, danach muss man ein Shampoo holen für 50.000, ist auf jeden Fall auch ordentlich, ne, hier können wir zum Beispiel mal ganz kurz auch ein bisschen am Strand rumspielen, Leute, und wir können auch sogar hier hochklettern, ich will wissen, was bringt das jetzt, wenn wir, oh, okay, hä, ich habe gerade irgendwas eingesammelt, ich weiß zwar gerade nicht was, aber ich habe gerade irgendwas eingesammelt, yeah, okay, pass auf, hui, ich glaube, wir können hier auch auf die Palme gehen, nein, leider nicht, aber wir können dann direkt hier auf die Wolke, und dann kriegen wir wieder neue Münzen, und die bringen uns auch wieder ein bisschen mehr Geld, das ist schon mal wieder sehr, sehr gut, Leute, das ist sehr, sehr gut, so, kann ich mir jetzt hier schon wieder ein neues Ei kaufen, ich glaube, äh, gerade noch nicht, aber ich kann jetzt mal probieren, hier langsam, ähm, auf eine neue Insel zu kommen, weil dann kriegen wir, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Geld, so, das heißt, hier, sprich jetzt gerade mal von Wolke zu Wolke, oh, okay, sehr, sehr gut wieder, hier direkt zur nächsten Wolke, so, Leute, wir kommen auf jeden Fall echt gut voran, wir müssen nur aufpassen, irgendwie ist unser Kopf, der sieht so groß aus, ne, also, das ist echt, beziehungsweise, unsere Haare sehen so groß aus, so, hier, kann ich hier nochmal hier rauf, genau, jetzt kann ich hier rauf, okay, wir kommen immer näher zu der einen Insel, Leute, das ist sehr, sehr gut, so, ich muss hier nochmal ganz kurz hin, und jetzt auf die Insel rauf, yeah, okay, wir sind schon mal auf der Garteninsel gelandet, und hier kann ich anscheinend die Kiste einsammeln, kriege ich einfach 36.000 Coins und kann jetzt hier sogar noch verkaufen, Leute, wenn wir jetzt 100.000 Coins bekommen, und ich kann jetzt hier zurückgehen und kann jetzt hier, glaube ich, wo war das, ich glaube, genau hier kann ich jetzt, nämlich ganz kurz ein neues Shampoo kaufen, für 100.000, Leute, so, hier, seht ihr das, das Pink, ne, das Purple Shampoo, oh, kann ich mir, oh, 50.000 kostet das, okay, und dann kann ich mir zum Beispiel noch hier von dem anderen Geld, ich glaube, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was sammle, ich habe ja noch diesen Coin Boost, den habe ich auch nicht vergessen, ne, dann kann ich mir nämlich, glaube ich, gleich ein Haustier kaufen, für 100.000, so, deswegen, ich glaube, das mache ich jetzt mal ganz kurz, so, hier, ganz kurz wieder rein, und, ja, jetzt habe ich genau 100.000, jetzt kaufe ich mal ganz kurz ein neues Haustier, Freunde, ich möchte mal wissen, was das bringt, in diesem Golden Eye, so, jetzt haben wir hier nämlich einmal, oh, wenn wir jetzt so ein Tier 4 Haustier bekommen, wäre schon sehr heftig, Leute, also, ich bin zufrieden mit Tier 2, muss ich sagen, damit bin ich zufrieden, mit Tier 2, okay, Polarberry, ist in Ordnung, Freunde, ist in Ordnung, muss ich sagen, mal gucken, können wir den auch equippen, oder müssen wir dafür jemand anders, äh, oh, nein, okay, wir müssen jetzt anscheinend jemand anders dafür wegmachen, dann muss leider Kitty dran glauben, und dann nehmen wir Polarberry, und Foxy war bis jetzt echt am besten, ne, okay, das ist echt verrückt, aber na gut, Freunde, so, unser Coin Boost hält auf jeden Fall noch ein bisschen an, glaube ich, mit ein paar Minuten, und deswegen nehme ich mir ganz kurz hier wieder, hier ganz kurz die Münzen, dann noch einmal ganz kurz die Münzen, und dann kann ich mir hier vorne, nehme ich mal ganz kurz, äh, das verkaufen, zack, und jetzt kann ich mir, glaube ich, gleich das neue Shampoo kaufen, und dann kostet das 550.000, ich glaube, es war 150.000, ne, kann das angehen, deswegen, ich gucke nochmal ganz schnell nach, ob das 150.000 war, deswegen ganz kurz hier Shampoo kaufen, und ist, Tatsache, es kostet 150.000, Leute, okay, dann werden wir noch, gucken wir mal ganz kurz hier, eine Sekunde, nochmal ganz kurz hier die Coins einsammeln, so, und dann werde ich mir direkt mal hier, das neue Shampoo holen, Freunde, und zwar genau hier, so, 169.000 haben wir jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen zwar ganz kurz hier hin, kaufen uns das neue Shampoo, das pinke Shampoo, und jetzt kann ich hier ganz entspannt, Freunde, erstmal nochmal hier die Münze einsammeln, ne, und dann kann ich hier, oh, 17.000 kriegen wir da jetzt schon, das ist echt gut, Leute, das ist sehr, sehr gut, jetzt kann ich nämlich hier hingehen, zu dem Garten, und kann jetzt hier, von hier aus quasi, wieder nach oben, Leute, und, okay, ich brauche noch ein bisschen mehr, okay, auch noch ein bisschen mehr, damit ich quasi, okay, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was bekommen, Leute, ich muss, meine Haare müssen noch größer werden, so, komm schon, wir haben es fast geschafft, oh, komm schon, ich möchte nur bis da oben hin, Leute, es kann nicht so schwer sein, so, oh, immer noch nicht, leider, immer noch nicht, das kann mich angehen, so, jetzt aber, ah, ah, nein, wir waren, ah, okay, wir waren da nur ganz kurz drin, okay, das ist gut zu wissen, wir waren da nur ganz kurz drin, aber jetzt, jetzt soll ich das eigentlich nach oben schaffen, ah, sag mal, so, jetzt soll ich das nach oben schaffen, genau, okay, oh, so, Leute, jetzt haben wir schon mal unsere Frisur so groß, und jetzt sollten wir, ne, wir schaffen es immer noch nicht, ne, okay, ich muss leider ganz kurz mal verkaufen gehen hier, habe jetzt mal 400.000 Coins bekommen, oh mein Gott, okay, pass auf, ich gehe noch mal ganz kurz hier nach unten, Leute, und guck mal, was ich mir mit 400.000 Coins so alles kaufen kann, weil 400.000 Coins ist schon, äh, sehr, sehr viel, muss ich sagen, ja, das ist schon sehr, sehr viel, deswegen gehe ich mal ganz kurz hier hin, und kaufe jetzt nochmal hier, äh, neue Shampoo, für, äh, oh, wir brauchen 500.000, okay, ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück zu verkaufen, so, verkauft, jetzt kann ich mir nämlich neue Shampoo kaufen, für 500.000, so, und dann kriegen wir statt, äh, 1.300, kriegen wir jetzt die zwar 4.000, Leute, das ist halt echt schon richtig krass, wir haben auch sogar gerade weiße Haare, ha, wie cool ist das denn, wir haben einfach weiße Haare, Leute, jetzt kann ich hier auf jeden Fall ganz entspannt wieder hochgehen, und kann man auf jeden Fall wieder ein paar Münzen einsammeln, jetzt hier, oh, da kriegen wir auch hier erstmal richtig viel Geld, ne, sehe ich gerade, wir müssen glaube ich echt mal Münzen einsammeln, Leute, die Münzen bringen ja mal extrem viel Geld, guck mal, hier sind immer alleine schon zwei Münzen, die ich einsammeln kann, so, dann haben wir hier wieder nochmal eine Münze, Alter, wir bringen ja so viel Geld allein nur durch Münzen, Leute, so, oh, okay, ich glaube jetzt sollte ich auf jeden Fall das auch easy schaffen, äh, hochzufliegen, bis in den anderen Bereich, jetzt hier zu den anderen Wolken, so, oh ja, oh ja, easy going, Leute, easy going, ah, okay, vorsichtig, so, warte, okay, und jetzt spring, ja, auf die Wolke, sehr, sehr gut, habe ich jetzt hier, ja, es soll jetzt zu der Wolke hingehen, dann zur, wo ist die jetzt, ah, nein, okay, vorsichtig, ja, ah, nein, nein, jetzt aber, jetzt aber, jawohl, okay, jetzt müssen wir zur nächsten Wolke hin, hier hin, so, nein, 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 Leute, ich fall gerade schon wieder ganz runter, das kann, oh, na, oh, man, oh, nein, oh, Gott, okay, kann ich mir jetzt hier direkt schon ein neues Shampoo kaufen, Leute, ich gucke mal ganz kurz hier, ein neues Shampoo, das kostet 1,6 Millionen, okay, das ist schon sehr, sehr teuer, muss ich sagen, ich kaufe ihm noch einmal ganz kurz hier ein Haustier, Leute, für uns, äh, genau, für eine Million, ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier für ein Tier bekommen, wenn wir jetzt hier ein heftiges Tier bekommen, wäre echt sehr, sehr, sehr wild, Freunde, wir haben jetzt hier einmal Tier 3, Swarney, toll, ich glaube, wir kriegen jetzt hier so ein richtig heftiges Tier, und der bringt 1,7, wow, Leute, da bringt einfach fast gar nichts, toll, aber, na gut, ich denke mal, ich würde sagen, Freunde, wir machen auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter, dass wir quasi die nächste Insel freischalten, wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, check alles in meinem WirstiHaus, einfach draufklicken, und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao,